Aber ich glaube vorhin im Match Ottmann gegen Ralf Eckert, selbst da war es zu sehen, wie schwer das ist. Ich finde oftmals immer noch irgendeinen Weg, die Kugeln zu treffen, auch über mehrere Vorbanden. Und wenn der Tisch offen ist, selbst wenn der andere zwei Fouls hat, ich würde versuchen, das Ganze auszuschießen. Der Can ist auf jeden Fall in der Zwischenzeit auch eingetroffen, war eben kurz am Tisch, einmal kurz gejumpt. Das reicht wohl zum Einspielen. Ich weiß nicht, was jetzt noch passiert, aber ich denke mal, jetzt kann es auch nicht mehr so ganz lange dauern und dann geht das hier los. Ich habe ja die Ehre, mit Can jetzt schon einige Spieltage absolvieren zu dürfen. Er spielt ja bei uns in der ersten Mannschaft und ja, also ich, sehr analytischer Spieler, also sehr strategisch auch, aber auch blitzschnell. Also er spielt das Ganze ja extrem schnell runter. Wir können mal gucken, wie das jetzt läuft, ob er ein bisschen langsamer spielt, als ich ihn so in den Ligaspielen erfahren habe. Gut, ich glaube, Oliver Ortmann, der kann nur ein Tempo und das wird er wahrscheinlich auch so durchziehen. Das hat er wahrscheinlich die letzten 40 Jahre so gespielt und das wird sich, glaube ich, nicht großartig ändern und ja, wird auf jeden Fall ein Schlagabtausch werden. Ich glaube, das Ausspielziel bleibt auch bis zum Finale konstant, also es geht, glaube ich, ständig bis sieben. Wenn es nicht fünf Uhr morgens wird, sondern nur vier Uhr morgens, dann spielen wir tatsächlich auf acht, ansonsten lassen wir es. Okay, ich meine, gut, der Unterschied von sieben auf acht ist überschaubar, aber das Spiel geht auf jeden Fall auf sieben. Also ich glaube, die Matches, wenn sie normal lang gehen, so gehen sie so anderthalb Stunden lang, also ein guter Spielfilm, der uns jetzt erwartet, hoffentlich ein schöner Krimi. Ja, Jan macht jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein paar Bälle, stößt nochmal an. Das glaube ich nicht. Ich glaube, jetzt wird aufgebaut, ausgestoßen und dann geht es gleich los. Ja, meinst du? Ich glaube schon. Mal gucken. Ich glaube, er baut sich nochmal einen auf, stößt einmal an, macht ein paar Bälle und dann geht es los. Ja, mal gucken. Ja. Ja, ja, dafür würde ich sprechen, weil... So nach ausstoßen sieht das jetzt auch nicht aus. Nee. Frischpolierter Kugelsatz kann man, glaube ich, sehen, ne? Also ich habe die ganze Zeit hier auf dem Monitor Schwierigkeiten, die 6 und die 8 zu unterscheiden. Ja. Ja, ich hatte, ich habe es im Stream ja auch verfolgt und ich habe auch mit der 2 und der 8 manchmal Schwierigkeiten. Also jetzt hier auf HD sehe ich es ganz gut, aber ich weiß nicht, wie es den Leuten zu Hause geht. Also wir werden es im Zweifel ansagen, ne? Also die 2, die 6 und die 8 sind doch mitunter ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Alles andere ist eigentlich recht gut zu erkennen. Also das war jetzt zum Beispiel die 2, die die 8 tuschiert hat. Ja, ich meine, wir spielen hier nochmal einen relativ klassischen Kugelsatz. Ich glaube, die pinkfarbene 4, da haben sich die meisten Leute mittlerweile dran gewöhnt. Den Kugelsatz, den gibt es so ja auch schon seit, keine Ahnung, bestimmt 20 Jahren. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, wo ich mich kaum dran gewöhnen kann, ist, wenn die Kugeln auch einmal türkis und eigentlich so ein Froschgrün haben. Ja, das stimmt. Also gerade wenn man so im Internet mal so da auch mal sich das eine oder andere Video anguckt, dann sehen die Bälle manchmal ganz anders aus, als man das kennt. Ja, ja. Also teilweise muss man echt fragen, so mit welchem Kugelsatz spielen die denn, ne? Also manchmal ist die 4 pink, dann ist sie Fliederfarben. Wer mal mit einem ganz klassischen Satz spielt, da ist die 4 eher so ein bisschen violett. Ja, also manchmal, ich habe auch schon gesehen, dass die 9 oder die 10 dann auch irgendwie so schwarz-gelb oder so die 9 und schwarz-blau die 10 oder irgendwie so. Also wer auf die Idee gekommen ist, der hat sich das noch nie auf einem Livestream angeguckt. Und vielleicht jetzt auf dem HD-Schirm geht es vielleicht, wo man sagen kann, okay, ich kann das ganz gut sehen, weil das Ding gestochen scharf ist. Aber wenn du es irgendwie auf einem, ja, also wenn ich es manchmal auf dem Handy gucke oder auf einem Bildschirm, der jetzt noch nicht so ganz hochauflösend ist, so dann, das ist das Raten, ne? Ja, also das hört sich fast an, als hättest du hochauflösende Fernseher zu verkaufen. So, es wird aufgebaut und es scheint jetzt auch gleich loszunehmen. Hast du drauf geachtet, wie er das Aufstoßen gewonnen hat? Ich habe eben Verloh oder Quatschen das verpasst. Warum so für sich selber auf oder jeder für den anderen? Ja, also das weiß ich jetzt auch nicht, aber wir werden das jetzt sofort sehen. Also der Can hat jetzt eben aufgebaut und scheint jetzt auch, ja, kommt wieder mit seinem Anstoßköl und Röden. Ja, bei Can ist das ja sehr interessant, wie er anstößt, ne? Also er ist einer, der, vielleicht können wir das sehen beim Anstoßen, dass er eigentlich weit vor die Kugel auf die Platte zielt. Und dann aber doch mittig bis leicht über der Mitte trifft. Hier kann man es wunderbar sehen. Ja, er zielt bestimmt 7, 8 Zentimeter vor die Platte, also vor die Kugel auf die Platte. Aber dann, dort trotzdem ist da ein bisschen Nachlauf in der Kugel, ne? Könnte man ganz gut sehen. Also er trifft sie dann knapp oberhalb der Mitte. Und ja, das ist dann halt so das, was er in dem Moment, wo er anstößt, sozusagen allen Anlauf quasi braucht, ne? Also, das ist interessant, was für Leute für Anzielpunkte haben und wo sie dann in Wahrheit treffen, ne? Also das haben wir tatsächlich auch schon hier das eine oder andere Mal so gesprochen. Also je besser die Spieler sind, desto wichtiger ist der Anstoß, ganz klar. Und ja, und da kommt es natürlich dann auch darauf an, dass es für einen läuft. Und ich hatte gestern hier noch, ich weiß gar nicht, um 2 Uhr nachts irgendwie noch zugeguckt. Also Money Game. Und da lief es für den Can anstoßmäßig gar nicht. Also überhaupt nicht. Haben die auch im Center Court gespielt? Die hatten schon mal gut los. Im Center Court gespielt, ja. Und da lief es dann eben überhaupt nicht. Wollen wir mal gucken, mit Ball in Hand ist das eigentlich eine ziemlich offene Partie. Ich weiß jetzt nicht, wie die 2 liegt, ob die 2 an der 4 vorbeipasst. Wenn die Kugeln so in der Nähe der Bande und in der Nähe der Mitteltasche liegen, ist das oftmals sehr unangenehm und ist oftmals ein Stolperstein, ne? Ja, ja. Also. Okay, okay, okay. Oh, Matthias ist online. Hi, Matthias, grüß dich. Ja, den Nils eben geschickt, ne? Geh mal drauf und dann findest du das Feld auch. Die Tournament App ist eigentlich ganz gut zu bedienen. Ja, also das ist ziemlich, ziemlich gut eingestellt auf die 2, also so. Na gut, ihm bleibt jetzt nichts anderes übrig, als ein Stopperl zu spielen und die 4 wird er nicht an den 9 vorbeiziehen können, glaube ich. Das heißt, er wird danach einen Nachläufer auf die 5 spielen und prognostiziere ich jetzt einfach mal. Bei mir ist ein Stopperl bei der Nummer nicht drin. Ja, aber er hat jetzt ja Winkel und kann auch gut nachlaufen lassen. Aber mal gucken, wie er ansetzt. Nachläufer. Zwei Banden, dann 8 vorbei. Uh, das ist ein bisschen viel. Obwohl, das geht vielleicht gerade noch. Ja, doch, das geht. Als nächstes ist dann ja aber, die 6 ist dran, ne? Nein, die 5. Nee, ja, die 5, aber nach der 5. Nach der 5 die 6. Ja, und die 6 liegt im Dreieckbereich. Aber, oh, hier. Wichtiger Anruf. Also die 6 sieht ziemlich gerade aus. Ja, einen kleinen Winkel hat er. Super Einstellung. Kann er schön nachlaufen lassen. Ui, 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 aber auch vor allerletzten Rille. Allerletzte Rille. Der wäre möglicherweise auf den alten Tischen schon nicht mehr gefallen. Also aufs Center Court, da rutscht noch ein bisschen was rein. Bist du auf Abruf? Stört das nicht immer so. Ja. Ich meine, Oliver hatte ja eben das Vergnügen hier auf dem Tisch schon zu spielen. Auch die Gruppenphase hat er viele Spiele hier auf dem Tisch gemacht. Von daher sollte er hier sich eigentlich ganz gut auskennen, wie der Tisch so läuft. Aber er ist ja auch einer der Kandidaten, die man natürlich auch ganz gerne hier so auf unserem Center Court so ganz gerne präsentiert. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die Gelegenheit ja nicht allzu oft hier, die wirklichen Spitzenspieler hier begrüßen zu dürfen. Und ja, bei dem Turnier, bei dem Feld, wissen wir eigentlich gar nicht, wohin mit lauter Spitzenspieler. Also das Feld ist echt bomben- oder bärenstark. Hier nochmal das Replay da von dem Jumper, wo er in die Weiße leider im Loch verschwindet. Zack. Ein Fehler, Spielverlust. Wobei es noch interessant gewesen wäre, wenn er den Jump gemacht hätte, was er dann mit der Zwei hätte anfangen wollen. Wäre sicherlich, wenn er die Eins gelocht hätte, dann immer noch lustig geworden. Ich kann mich gar nicht erinnern, wo die Zwei lachen. Die lachen doch in der Nähe der langen Bande auf Mittellochhöhe. Was es dann ja immer ein bisschen schwieriger macht, Positionen darauf zu kriegen. So, mal gucken, wie Ortmann beim Anschluss zielt. Wahrscheinlich auch richtig tief, wahrscheinlich nicht so weit vor die Kugeln, aber auch tief auf die Platte. Und da sieht man dann auch, wenn die, das Nachlauf-Effé, Kugel prallt vom Pulg ab, richtig schön zentral getroffen. Und durch das Nachlauf-Effé bremst sie dann, konnte man hier richtig schön sehen. Ja, wir hatten vorhin schon auch hier den Oliver kommentiert und da ist ihm aber auch, ich glaube, zweimal die Weiße abgegangen und einmal ist sie sogar vom Tisch geflogen. Aber jetzt eigentlich ein perfektes Bild. Super Einstich auf die Eins. Gut, die Zwei an der Bande. Die Zwei liegt eigentlich genau da, wo sie eben lag, nur auf der anderen Seite. Diesmal vielleicht noch ein bisschen näher zum Mittelloch. Also das wird auch wahrscheinlich so der Schlüssel zum Erfolg oder Misserfolg sein. Er hat insofern Glück, dass die Drei, auf die er nach der Zwei stellt, ja eigentlich, er muss, wenn er eine gute Position auf die Zwei bekommt, mit der Weißen nicht ganz viel machen. Ja. Die Zwei auf dem Mittelloch, die Drei in die Mitte schubsen kann man eigentlich in vielen Positionen. Okay, das ist natürlich die Frage, liegt die Zwei direkt an der Bande und dann eben dieser Moment über das Mittelloch überweg spüren? Ja, wenn der Tress liegt, dann kannst du dir mal die Frage stellen, ist die Bande so gut bezogen, sodass da nicht noch ein bisschen was vorsteht? Manchmal, auf manchen Tischen ist der Ball gar nicht möglich. Aber das werden wir jetzt sehen, also dieser Tisch ist gut bezogen und die Banden sind noch ziemlich neu, der Tisch ist noch nicht wahnsinnig alt. Von daher ist der absolut machbar, egal wie er liegt. Ja, absolut sauber, hätte er nicht besser treffen können. Also hervorragendes Material in Bremen, würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Schön mit Konter-Effekt gehalten, das Ganze, den Winkel ein bisschen geglättet. Sonst wäre er wahrscheinlich auf die Vier oder auf die Zehn gelaufen, aber so konnte er den auch gut halten. Der Winkel ist auch gut, um auf die Fünf einzustellen. Die Sechs liegt eigentlich auch gut machbar, also das ist im Grunde eine offene Partie, die... Ja. Ja, guck mal, die Sechs, da ist genügend Platz, um an der Zehn vorbeizukommen. Mitte Tisch. Ja, der läuft ein bisschen fast zu weit. Ja. Fast, fast, fast zu weit. Ich meine, bei dem Niveau gibt es eigentlich wenig lange Bälle. Oh, den spiel er mit links, wollen wir mal gucken. Ich habe Ortmann schon oft mit links spielen sehen, das sah eigentlich immer recht gut aus. Zugball. Ajo. Ah. Der war zu gut. Aber das ist es dann vielleicht doch. Ich spiel den mal mit links. Ja, also er hat ihn sauber getroffen, aber er hat sich total im Zug, also in der Wirkung verschätzt und ist dabei auf die Sieben gelaufen und kann auch von Glück reden, dass er die Sechs sehen kann. Und er kann sie sogar noch lochen. Also das hätte richtig böse ins Auge gehen können. Ja, weiß ich nicht. Also da findet vielleicht dann schon so ein kleiner Kampf in ihm selber auch statt. So, warum ist mir das jetzt passiert? Ja, ja, ja. Hätte ich vielleicht doch die Oma nehmen sollen. Also bis dahin lief es ja für ihn wirklich glatt und das war jetzt so das erste... Aber gut, da sieht man halt den Altmeister, ne? Gut, Situation wieder gerettet. Konter super retten. Ja. Gut gerettet. Ja, aber verliert er jetzt das Spiel, dann setzt er sich hin und sagt so, mein Gott, ne? Was für ein blöder Scheiß. Ja, 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 klar. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Come on, Chan, come on, come on, Chan. Come on, Chan. Ja, wir sind hier leider ein bisschen parteiisch, also... Ja, ja, stimmt. Aber wir versuchen so fair wie möglich zu sein. Wir wünschen uns ein gutes, faires Spiel. Und ich sehe gerade im Chat so, dass auch einige Jungs aus den USA... Chan spielt ja viele Monate im Jahr drüben in den USA und ist da ein gefürchteter Moneyplayer. So, greetings to the US. Ja. Ja, ich hoffe, wir sehen uns ein sehr schönes Spiel. Und hoffentlich kann der beste Mann gewinnen. Der beste Chan? Ja. Vielleicht. Oder nicht. Okay, auch schon fast ein bisschen zu weit. Ja, hat sich ein bisschen im Winkel verschätzt, aber der liegt immer noch... Ja. Also auch die richtig guten, die Spitzenspieler schaffen es nicht immer, den Winkel perfekt zu treffen, aber die lochen halt so brutal gut, dass das da nicht drauf ankommt. Ja, aber das ist natürlich auch ein, also eigentlich ein entsetzlicher Fehler. Ja, aber den habe ich gar nicht so dünn gesehen. Also wenn wir uns auch mal angucken, die Position hätte er auch überhaupt nicht hingehauen. Also hat er sich richtig grundlegend verschätzt. Ja, das... Ja. Also hat sich nicht nur im Treffpunkt verschätzt, sondern auch im Tempo. Also da höre ich dann meistens immer so den Spruch, hätte er den Ball richtig getroffen, dann wäre auch die Weiße anders gelaufen oder sowas. Ja, aber in diesem Fall kann man sehen, so beides hat nicht funktioniert. Also er hätte sie zwar etwas dicker getroffen, aber das hätte die Position der Weißen nicht großartig verändert. Also die Banden hier auf dem Tisch, dem versierten Spielers, das bestimmt schon aufgefallen sind, sehr, sehr schnell. Also die Kugeln laufen hier sehr schnell aus den Banden aus. Und ja, also wir werden es bestimmt noch sehen, dass die Spieler oftmals gezwungen sind, noch die ein oder andere Bände mehr mitzunehmen oder die ein oder andere Tischlänge. Also es wird bei dünnen Bällen kaum zu sehen sein, dass die Kugeln irgendwie reingeschubst werden. So, das wird hier nicht funktionieren. Dann sehen wir wieder den Vorhaltepunkt von Can und super Break. Wie aus dem Lehrbuch. Wie aus dem Lehrbuch. Es fällt auch was. Und der Kugel. Bis auf die Eins, die Zwei liegt vor der Tasche, die Drei liegt vor der Tasche, die Fünf liegt vor der Tasche. Sechs auf Sieben, auf Acht. Also keine großen Probleme. Aber gut, wir werden sehen. Da kann man immer noch ein bisschen was schief gehen. Kann immer. Aber Can ist so ein versierter Spieler und eigentlich so präzise, dass ich jetzt einfach mal prognostiziere, dass das Ding aus ist. Ja, also da würde ich jetzt auch nicht gegenwetten. Also die Kugeln liegen erstmal alle schön zusammen und ein Großteil davon liegt vor den Taschen. Jetzt muss er mal hier im Kleiderfaul aufpassen. Aber hier an der... Ja, man muss eigentlich auch nicht so viel arbeiten, weil eigentlich... Obwohl jetzt so ganz gerade wäre er nicht so toll. Aber so ein kleiner Winkel ist halt da. Er hat einen kleinen Winkel und Can hat eine unglaubliche Fähigkeit, Wirkung in die Bälle zu bekommen. Und mit einer spielenden Leichtigkeit. Wir haben neulich mal hier aus Just for Fun Sluka gespielt. Und wer schon mal Sluka gespielt hat, der weiß, wie schwer das ist, gerade für einen Poolspieler, einen Rückläufer über den ganzen Tisch hinzukriegen. Und die hat er mit einer Leichtigkeit hingekriegt. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, wenn hier mal irgendwie ein bisschen Qualität in den Stoß muss, dass er den nicht hinkriegt. Ne, das hat er ja auch bewiesen, dass er eigentlich jetzt wieder eine perfekte Position hat. Ein bisschen dicht an der Bande vielleicht. Dann nach der 3 die 5. Ja, gegebenenfalls spielt er die 5 lang. Also vielleicht, wenn der Winkel gar nicht gut ist. Ah, okay. Ja. Spielt mit dem Jutschikö, ne? Nur mal so am Rande. Ist das wirklich so? Ja, 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 ja. Ich glaube, als ich angefangen habe, Billard zu spielen vor gefühlten, weiß ich nicht, 35 Jahren oder so, da war Jutschikö das Kö überhaupt. Und alle haben mit Jutschikö gespielt. So, noch ein bisschen Konter-Effee, um die Geschwindigkeit aus der Kugel zu nehmen. Jetzt ein kleiner Rückläufer. Ah, obwohl der Winkel ist, glaube ich, jetzt... Ja, der Winkel zeigt zur Tischmitte, könnte schöner sein. Aber, ich sag mal, selbst wenn der Winkel jetzt ein bisschen größer auf die 7 ist, dann hat er genug. Er kann die 8 ja auch in dieselbe Tasche schießen wie die 7. Ja, aber auch wunderbar gehalten. Also, das ist... Er hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder spielt die 7 langsam, rollt sie nur rein. Wobei das so ein Stoß ist, der mir persönlich nicht gefällt. Weil man dann eigentlich immer so die Kugeln so über den Tisch nuckelt. Also, da gebe ich lieber Normal-Tempo und lande auf der anderen Seite des Tisches. Und dann kann er die 8 in die selbe Tasche wie die 7 spielen. Ja. Ja, so macht er es auch. Ist einfach viel natürlicher, ne? Ja, dieses Rollen. Einfach die Bälle da reinrollen und dann... Ja, du musst sie halt extrem langsam spielen, ne? Und das ist einfach kein natürlicher Stoß. Du willst ja eine gewisse Mindestgeschwindigkeit im Stoß haben. Und ja, jeder, der die Pet-Übungen kennt, so der Speed 1 ist persönlich nicht mein Favorit. Nur im Notfall. Oh, ja. Ja. Entweder leichter Zugball oder wenn der Winkel stimmt, so kann er sich sogar neben das Mittelloch ziehen und hat dann ideale Positionen auf die 10. Oh, guckt er sich den Nachläufer an? Ebenso wie er das Kühl angezeigt hat, gehe ich mal vom Nachläufer aus. Kann ich mir kaum vorstellen. Nachläufer hat zwei Banden. Warum so aufwendig? Es kann sein, dass der, wenn er den Zug, wenn er den Zugball wählt, dass die, dass die genau in die Mitteltasche zieht. Weißt du? Er scheint entweder, selbst wenn er nicht auf die Tasche zielt, dann auf die Kante. Also Nachläufer, zwei Banden auf die 10. Kurze Bande, lange Bande, 10. Okay. Kurze Bande ohne lange Bande. Also so wie die Weiße jetzt liegt, dann hätte er ja auch einfach einen Stopperl spielen können. Ja, ja. Das wäre die Position besser gewesen. Hinterher ist man immer schlauer. Ja, okay. Natürlich. Er hat einen Stopperl gespielt, hätte er die gleiche Position, nur von der anderen Seite gehabt. Aber vielleicht sagt er sich, er ist Rechtshänder und für ihn ist die Position günstiger. Also wie gesagt, Can spielt sehr, sehr analytisch und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er solche Überlegungen, ob die linke oder die rechte Tischhälfte für ihn günstiger ist, durchaus eine Rolle spielt. Letztendlich hat er es ausgeschossen und wer lockt, hat recht. Ja. Hier kann man das nochmal richtig schön sehen in der Zeitlupe, wo er hinzielt. Er zielt locker 5, 6, 7 Zentimeter vor die Weiße und das Ergebnis absolute Hammer. Also wie man das kontrollieren kann, ist echt, ja. Also ich bin ja einer, wenn ich anstoße, dann versuche ich wirklich dahin zu zielen, wo ich auch hintreffe. Diese Übungsstöße, so hin und her, Wiederholungsstöße, auf den Punkt, wo du dann auch letztendlich triffst und nicht irgendwie 15 Meter vorher in den Boden irgendwo. Also ich habe beim Chinese 8-Ball Break, da haben wir ja in Bremen auch zwei Tische stehen und wir haben ja auch schon mal ein Turnier hier veranstaltet vor zwei Jahren, wo ich auch mitgespielt habe und ich habe mir dann mal die Chinesen angeguckt, die breaken eigentlich fast alle mit einer offenen Brücke und ich breake eigentlich mit einer geschlossenen Brücke und da habe ich es mal versucht, tiefer anzuzielen und dann höher zu treffen. Ja, aber guck, der Olli macht das auch. Ja, ja, nicht so extrem, nicht so extrem wie Can, aber die Tendenz sieht man ja bei ganz vielen Spielern, dass sie tief zielen, aber wenn ich tief ziele und tief treffe, dann wird es ein Rückläufer und bei der Anschlussgeschwindigkeit zweimal über den ganzen Tisch, wenn ich dementsprechend treffe. Aber guck dir das Bild an. Ja, ja, vier, zwei Kugeln sind gefallen, Schuss auf die Eins, die Bande lang, wo die Taschen noch relativ großzügig sind, der Winkel zeigt automatisch in Richtung Zwei, er muss mit der Zwei nicht viel machen, um Position auf die Drei zu haben. Und die Drei liegt eklig. Also die Drei liegt natürlich eklig, weil das ganz schwer ist, das zu kontrollieren, allerdings liegt die Vier relativ in der Nähe. Müssen wir jetzt gucken, wo ist die nächste Kugel, das ist die Sechs. Und hier kann man es schön sehen, dass die Sechs liegt quasi auf der Linie von der Vier. Wenn die Vier weg ist, hast du automatisch Position auf die Sechs. Ich würde fast sagen, die Eins ist noch der schwerste Ball auf diesem Tisch. Wobei die Vier auch nochmal lustig wird, ne? Ne, nicht auf diesem Tisch. Der klappert nicht mal. Die Tische verzeihen ein bisschen was, gerade wenn es die lange Bande runter geht, aber den zweiten Diamanten, den darfst du nicht treffen. Da klappert die nicht mal. Ja, aber Marco, ist das denn jetzt nicht schlau, wenn du das Problem mit der Drei schon beschrieben hast, dass er einfach jetzt die Eins reinschießt? Und die Zwei einfach in Richtung Drei spielt, denn das hat er das Problem gelöst. Ja, allerdings musst du dann gucken, dass du, wenn du das machst, dann musst du immer drei Kugeln kontrollieren und die Drei liegt so tief in der Tasche und auch noch auf der rechten Seite der Tasche, dass wenn du die Zwei drauf schießt, dann müsstest du das entweder sehr, sehr langsam machen oder du musst davon ausgehen, dass die Zwei mitfällt. Und dann musst du natürlich einen richtigen Winkel auf die Zwei haben, um auf die Vier zu kommen. Wir werden mal schauen, wie sich Can entscheidet. Ja, der hat da keine Sekunde dran gedacht an die Lösung, die ich da vorgeschlagen habe. Jetzt im Idealfall, wenn ich jetzt Ball in Hand auf die Drei hätte, wenn ich sie mir hinlegen könnte, würde ich sie natürlich an die kurze Bande legen, sodass ich nur das bisschen von der Drei treffe und die Vier dann lang spiele. Mal gucken, wie der Can das sieht. Oder ob er sich die Zwei oder die Drei dann lang lässt und versucht aus der Tischmitte das Ganze anzugehen. Ich denke erst mal lochen und dann die Weiße irgendwo zur Tischmitte. Oh ja, oh ja, oh ja. Da kann ich mir nur so erklären, dass er wahrscheinlich schon so sehr auf das Problem 3, 4 konzentriert war, dass er völlig vergessen hat, die zu lochen. Weil für seine Spielstärke war das ein Elfmeter. Es war eine ähnliche Kategorie wie die Sieben von Oliver Ortmann. Ja, obwohl das fand ich noch krasser. Ja, aber die liegt auch so. Er muss mit der Weiße nicht viel machen. Von hier aus ist es immer leichter, das Spiel einzuschätzen. Aber die Jungs sind normalerweise so treffsicher und so souverän, dass das... Ja, was passiert jetzt? Ja, okay. Ups. Aber ich meine gut, selbst, ich gehe mal davon aus, ja, das ist wahrscheinlich sogar richtig gut gelaufen. Dadurch ist das Problem 3 auf 4 nämlich jetzt keines mehr wirklich und der Vorbänder ist easy. Die Weiße läuft entspannt aus. Und die 6 liegt immer noch in der Mitte. Bei der hat er sich jetzt ein bisschen dünn gelaufen lassen, muss er pendeln lassen zweimal. Also wenn das so der Plan war, da die 4 schon mal irgendwo da zu lösen. Das hätte aber auch richtig böse ins Auge gehen können. Ich meine, die 3 liegt immer in der Tasche, aber wenn die 4 ein bisschen unglücklicher gelaufen wäre, dann wäre das eine unschöne Situation gewesen. So ist das... Ja, alles klar, oder? Ja. 6 auf 7, der Winkel zeigt nach unten. Jetzt unterhalb der 8 gestellt. Der Winkel zeigt Richtung 9. Eine Bande, Tischmitte. Den stellt er sich fast noch ein bisschen kurz. Der Winkel zeigt jetzt von der 10 weg. Aber ja, wo ich... Oder zeigt er jetzt wieder irgendwie über die kurze Bande? Er zögert, ne? Ist jetzt nicht so easy, wie das hätte sein können. Die 9 und die lange 10 spielen? Oder versuchen jetzt über die... Ich glaube, es kribbelt ihn, dass er den laufen lässt. Aber er weiß auch, dass das ein bisschen... Er lässt ihn laufen und das ist auch eine bessere Position, sag ich mal. Ich meine, er hat es jetzt genauso gemacht wie Can eben. Er spielt sie sich auf die Rechtshänderseite. Er hätte sie auch einfach reinrollen können und dann hätte er die gleiche Position auf der anderen Seite gehabt. Ja, ähnlich. Muss sich dann als Rechtshänder aber über den Tisch strecken. Also wer das einkalkuliert, der ist hier nochmal bestätigt worden. Also wer das einkalkuliert, der ist hier nochmal bestätigt worden. Also wer das einkalkuliert, der ist hier nochmal bestätigt worden. So, wie steht's? 2-2. John Salim braked. Eben hat er nahezu perfekt gebraked und dann auch folgerichtig das Spiel an und ausgeschossen. Mal gucken, ob es ihm wieder gelingt. Wieder schön vorhalten. Eine Kopie von dem Anschluss eben. Diesmal ist die Weiße ein bisschen weggekickt worden. Ist was gefallen? Also man sieht das auch oft, dass die Weiße dann tatsächlich einmal kurz hüpft. Ja, ähnlich gut angestoßen wie beim letzten Anschluss, aber nichts gefallen. Freut sich natürlich der Gegner. Wobei in diesem Fall haben wir ein richtig schönes Problem mit der 5. Ich glaube, für die 5 gibt es keine Tasche. Und die Kombination sieht jetzt auch nicht so einladend aus. Auf der anderen Seite, wenn er die 5 irgendwo gut sieht, kann man natürlich auch relativ leicht eine Sicherheit spielen, wenn da noch viele Bälle drumherum liegen. Wo man denn die Weiße so gut verstecken kann. Ich weiß nicht, vielleicht eine offensive Lösung für die 5 gäbe es noch, den eine Bande Mitte zu spielen. Müsste mal gucken, ob dann für die Weiße genug Platz hinter der 8 ist. Ein wieder auf die 6 zu kommen. Ich glaube, wenn ich es mir von oben angucke, ist der Platz nicht da. Ja, das wäre schon ein bisschen viel verlangt. Also die Einbänderoption auf die 5 fällt, glaube ich, aus. Ja, dann gehen wir mal von der 5, ja, von der Sicherheit auf die 5 aus. Ich sehe jetzt auch. Oder schon vorher dann die Sicherheit. Wenn sich eine gute Möglichkeit ergibt. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, was er versucht, wenn er eine richtig gute Position auf die 4 hat, dass er versucht, mit der 4 auf die 5 vielleicht zu lösen. Wobei die 4 jetzt auch, ja, das Problem bei der 5 ist, dass er dann nicht nur mit einer Kugel zu kämpfen hat, sondern mit 2. Das heißt, es gibt 2 potenzielle Möglichkeiten, sich die Weiße irgendwie oder die 5 zu verstecken. Wenn jetzt nur die 8 im Weg läge, wäre die Wahrscheinlichkeit, das zu lösen, doch deutlich höher als wenn da 2 Kugeln sind. Ja, aber Marco, das ist doch ein ganz einfaches Spiel. Man muss einmal nur auf den Ball mit den niedrigsten Wert spielen. Aber so einfach ist es denn manchmal doch nicht. Nee, nee. Irgendwann ist die Weiße schon ein bisschen schnell geworden. Jetzt konnte man mal richtig schön sehen, wie schnell die Banden sind, wenn die Weiße in einem fast senkrechten Winkel in die Bande geht. Das ist ganz schwer einzuschätzen und zu halten. Ja, weil die Kugel auch extrem dünn getroffen worden ist und die meiste Energie einfach in der Weißen bleibt. Ja, aber die Banden sind halt extrem schnell. Und jetzt die Sicherheit. Und jetzt der Klassiker, die Gasse. Und das ist ja im Prinzip auch schlau. Ja. Gleich die Sicherheit versuchen. Ja, aber es ist trotzdem finster gelaufen. Er kann den wahrscheinlich sogar lochen. Also sehen kann er es auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ob er den Punkt treffen kann, wo er die drei locht. Vielleicht kann er den sogar mit Eiffel noch überdrücken, dass er Position auf die vier kriegt. Aber wir haben jetzt momentan keine gute Perspektive gewonnen, wo man das sehen kann. Da ist doch noch ein kleiner Winkel. Und da würde ich sagen, nicht lochen, sondern an die kurze Bande, Stoppball und die drei hochschicken in Richtung, was ist das da, die sechs oder so. Aber dann muss er aber auch die Möglichkeit haben, die Tasche zu verfehlen. Und ich weiß nicht, ob er die Möglichkeit hat. Weil die Weiße liegt ja nun mal auch sehr nah an der Bande. Und dementsprechend, vielleicht kann er gar nicht den Punkt treffen, den er treffen müsste, um die drei nicht auf die Kante der Tasche zu schießen. Also ich vermute mal, dass da schon irgendwo so ein kleiner Finger vielleicht irgendwo noch Platz ist zwischen drei und Bande. Obwohl das auch schwer zu erkennen ist jetzt hier aus der Perspektive. Aber es liegt auf jeden Fall nicht ganz presse. Ne, also beide Kugeln, die nicht presse, das kann man sehen. Weder die drei, noch die... Ah, Jump. Versuch mal drüber zu springen. Oh, 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 oh. Das war ein wilder Schuss. Ein wilder Schuss, aber im Prinzip ist fast das passiert, was ich eigentlich so da gefordert habe, aber ich wollte jetzt erst sagen, da hat er extremes Glück gehabt, aber vielleicht ist die drei sogar noch bar. Ja. Vielleicht, zwischen die acht und die sieben, da ist eine Menge Luft. Ich glaube, dass da auf jeden Fall Luft ist, aber den Punkt, vielleicht kann er sie mit ein bisschen Effet noch halten, sodass er die drei in Wirklichkeit dünner treffen kann, als er sie eigentlich treffen müsste. Und das Effet drückt sie wohl aus der Perspektive. Und während der Perspektive ist das safe. Ja, das ist safe. Von da gesehen... Ja, aber das ist auch der Wahnsinn, ne? Ja, also über Kopf hätte ich gesagt, die kann er sogar vielleicht noch lochen, aber wenn ich mir das von der Seite angucke, keine Chance. Also die einzige Möglichkeit, die er hätte, mit einem kleinen Bogenball. Aber das einzige, was bleibt, ist die, über die lange Bande. Vielleicht zeige ich die drei, sieben Kombinationen aufs Loch. Ja, oder auch wieder jumpen. Aber der... Ja, aber was... Guck, guck. Mit dem ganzen Kühl. Aber beim Jump ist das Problem, du kannst ja die drei nicht voll treffen. Das bedeutet, du musst sie schneiden. Das heißt, du schneidest, du triffst die drei auf der rechten Seite, schneidest die drei dann... Oha, Foul. Trifft die nicht mal. Die Trefferfläche war relativ groß. Das ist von dir natürlich leicht zu sagen. Aber der Jump war keine gute Option. Weil die drei hättest du in die Bande geschnitten, die wäre wieder in dieselbe Richtung gelaufen wie die weiße. Und du willst bei einer Sicherheit ja die Bälle voneinander trennen. Und das wäre hier nicht möglich gewesen. Und die offensive Option, die drei konnte er mit dem Jump nicht lochen. Also er hat sich schon für die offensivste Variante entschieden. Aber leider war die Ausführung ein bisschen... Ja, das konnte nicht mal das Foul vermieden, obwohl die Trefferfläche relativ groß war. Auf jeden Fall ist das jetzt eine hervorragende Chance für Can, da wirklich diesen Sack jetzt hier zuzumachen und eigentlich noch das erste Mal auch hier in Führung zu gehen. Naja, er war eben schon in Führung, bei 2-1 hat er ja die An-Aus-Partie gehabt. Das heißt, das wäre das zweite Mal die zweite Führung. Das zweite Mal, ja. Auch gut. Verbinde die Punkte ist das hier, ne? Winkel in Richtung der Acht. Da kann man schön sehen, wie der Winkel ist. Passt Richtung Acht. Wenn er den Winkel auf die Acht gut trifft, ist das ein Stopperl auf die Neun. Die Zehn liegt auch schön auf der... Oha, das war knapp. Ja, trifft er die Acht. Schiebt er die gegen die Neun. Dann, ja. Ja, man kann wohl sagen, dass beide noch nicht so zu 100% warm sind, weil dafür sind da noch ganz, ganz viele knappe Entscheidungen dabei. Also es ist noch nicht das ganz hochklassige Match, was wir uns erhofft haben. Also die Fehlerquote ist natürlich sehr gering, aber man merkt auch hier und da, dass Fehler passieren und dass hier und da auch mal eine Position nur ganz knapp gelingt. Ja, wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. So, dass der Satz ist noch lang. Also ich sag mir auch mal, ich möchte sicher gewinnen und nicht nur durch Glück gewinnen. Also das... Und oft kommt es dann ganz anders. Ja, ja, ja. Na, hier nochmal die Wiederholung von der verschossenen Zwei. Das ist, ja, für seine Verhältnisse sind elf Meter, ne? Muss mir der Weißen nicht viel machen. Und schießt die auch deutlich zu dünn, ne? Also deutlich zu dünn. Ja. Martin, sehr gegrüßt. So, Oliver Ortmanns, äh, ich glaube jetzt auch sein dritter Anstoß. Ja. Ja. Drittes Projekt, Jan hat das ausstoßen gewonnen. Ja, die Weiße, ganz schön viel Bewegung in der Weißen. Ja, also auf jeden Fall... Auf jeden Fall schon mal eine Kugel gelocht und die Weiße liegt auch noch auf dem Tisch. Was ja auch immer eigentlich das Wichtigste überhaupt ist. Aber die Eins. Die Eins passt nicht in der Fünf vorbei. Meinst du? Ja, hier auf dem... Hier, wir haben ja die Möglichkeit in unserer Regie, wir haben mehrere Kameraeinstellungen. Ich kann hier auf... Oh ja, oh ja, oh ja. Ich kann hier auf mindestens drei, vier Kamerereinstellungen zugreifen. Und eine sagt mir ganz deutlich, dass der nicht mal knapp an der... Ja, jetzt haben wir die Kamerereinstellung, die du gerade erwähnt hast. Ja, die Regie ist hier auf Zack. Ja. Also wir haben ein gutes Material und eine tolle Regie. Ja. Ich glaube, wir haben... Auf dem Center Court sind vier Kameras. Vier Stück. Und der Oli, der löst das mit all seiner Erfahrung. Ja, eigentlich ein ganz einfacher Stoß, aber sehr, sehr gefühlvoll gespielt. Ja, es geht ja um Effektivität. Ja, ja. Und das, was man mit geringem Aufwand da möglichst sicher eine coole Sache macht irgendwie. Ja, und jetzt muss der Can wirklich da gucken. Also eine offensive Variante gibt es hier nicht. Er kann eigentlich nur versuchen, ja, über die lange Bande, über die lange Bande, die die Weiße langsam gegen die Eins rollen. Ich glaube, die Eins liegt nicht press. Das heißt, der geringste Kontakt auf die Eins ist schon das Foul vermieden. Aber er hat einen Jump in der Hand und will da hüpfen. Also da muss die ja irgendwie direkt... Hier aus der Edge kann man sehen, wie wenig Platz zwischen der Fünf und der Eins ist. Ja, dann hüpft die Weiße direkt von oben auf die Eins vielleicht. Und das ist alles doof. Und deswegen hat er auch den Jump wieder weggepackt. Ich glaube, das ist keine offensive Variante. Weil wenn er das Foul vermeidet, trifft er die Eins nicht gut genug, sodass die Eins unten reinfällt. Dafür ist der Weg zu weit. Also ich glaube, wenn man sowas versucht, dann fällt auch oft mal so eine Weiße ganz vom Tisch. Ja, also ich glaube, hier gibt es keine offensive Möglichkeit. Also selbst wenn man jetzt noch ganz verrückt ist und die Eins eine Bande Mitte ansagt, ist da die... Das ist die Acht. Also vielleicht auch einfach mal einfach denken und einfach über die lange Bande, eine Bande und dann wirklich locker einfach auf die Eins raufräumen. Ich glaube, ich glaube, was anderes hat er nicht. Was anderes hat er nicht, weil die Sieben verhindert die Zwei-Banden-Variante. Also er hat nur den Einbänder. Er zeigt an, den Einbänder, wo ist der Punkt, da muss ich hinspielen. Wenn ich da hinspiele, dann habe ich ungefähr so Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Also wenn er den noch sicher legen will, muss er ihn auch sehr festspielen. Und da er die weiße Press liegt, kriegt er nur Nachlauf in die Kugel. Ich meine, das würde ihm in dem Fall helfen, dass die Weiße sozusagen mehr oder weniger da liegt, wo die Eins und Fünf jetzt liegen. Aber sehr, sehr hart ausgeführt. So Hit and Hope und mal gucken und hoffen. Die einzige kontrollierte Variante ist halt die Weiße ganz langsam. Er macht es locker. Ja, viel mehr ist nicht. Und er hat aber auch, ja, auf jeden Fall, er hatte sie getroffen. Ja, ich meine... Aber so richtig gut gelaufen ist es jetzt auch nicht. Ja, aber Olli hat auf jeden Fall eine schwere Position. Die Zwei liegt unten an der kurzen Bande. Das heißt, er wird den mit viel Rechtseffekt spielen müssen, um Positionen auf die Zwei zu bekommen. Ja, ja. Und vielleicht muss er sogar leicht über die Sieben. Ja, okay. Die Sieben stellt jetzt kein Problem da, aber... Nee. Ja, wie du gesagt hast, hat er es versucht, aber... Kann schon sehen, wie früh die Eins ist ungefähr am dritten Diamanten oder am Diamanten neben dem Mittelloch an die Bande gegangen und dann fallen die hier nicht. Auch nicht, wenn du ihn langsam spielst, ne? Also, die Kugel erreicht gar nicht den Punkt, wo sie durch die Ecktasche noch irgendwie in die Kugel buxiert werden könnte. Ja, das Ganze hat jetzt dazu geführt, dass der Can jetzt wirklich, ähm, ja, ein relativ machbares Bild da vor sich hat. Ja, fünf auf sechs. Die sechs liegt in der Nähe der Tasche. Danach liegt eigentlich alles offen. Also, die Sieben auf acht geht automatisch. Die acht liegt dann mehr oder weniger in der Mitteltasche. Die neun liegt in der Ecktasche. Ja. Also, man könnte fast sagen, dass die... Ja. Sechs auf sieben, also fünf auf sechs ist ja jetzt eigentlich entscheidend dafür, ob es nochmal spannend wird. Zug Wirkung Kanchan, das haben wir schon vorhin gesehen. Und auch so leicht und so viel Wirkung. Ja, ja, ja. Also, er hat da nicht drauf geprügelt wie so... Richtig super Technik, ne? Ja, also, es war wirklich eigentlich ein softer Stoß und so viel Wirkung. Ja. Ja. Also, die längste Position, die jetzt noch auf dem Tisch ist, ist von der neun auf die zehn. Aber die neun liegt jetzt auch nicht so wahnsinnig tief in der Tasche, dass das ein Problem da stehen könnte. Er hätte da immer noch Optionen über... Ich gehe mal davon aus, dass er die acht... Ja, aber wenn man von der Seite, da wo die acht jetzt... Ja, geht noch. Ja, okay. Aber von der Seite, wo die acht ist, und dann auf die neun über zwei Banden, dann ist die weiße direkt auf der Bahn, wo sie auch hingehört. Ja, genau. Und er ist Rechtshänder, das heißt, er kann die weiße an der langen Bande liegen lassen und dann über zwei Banden auf die Zehen stellen. Genau, richtig schön ins Positionsfeld reinspielen. Ne, und... Na, macht er aber nicht. Okay, jetzt... Macht er aber nicht. Das geht natürlich auch. Jetzt hat er aber das Problem, dass er das Positionsfeld auf die Zehen kreuzt. Also, hier kommt es jetzt auf Tempogefühl an. Ich denke, er spielt nochmal über die lange Bande und dann wieder raus. Genau, lange Bande und wieder raus. Ja, okay. Ja. Ist ein bisschen weiter von der Zehen weg. Die weiße liegt jetzt immer noch in der oberen Tischhälfte. Die Zehne ist ein bisschen länger geworden, als man sich das vielleicht hätte gewünschen wollen, aber ist eigentlich für ihn, ja, ein machbarer Ball. Ja, also, das... Ja, aber wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wie das ist unter Druck, ne? Man will... Wo ist der leichteste Weg, ne? Wo schleichen sich die wenigsten Fehler ein? Ich sag mal, es geht bei der Klasse später, ob jetzt internationale Klasse oder Weltklasse, ist es nur noch über die Fehlerquote. Und die richtig guten Spieler schaffen es halt, die Fehlerquote so extrem niedrig zu halten, dass sie halt, wenn möglich, in die Positionsfelder spielen, ne? Weil das Tempogefühl da halt nicht so entscheidend ist. Du hast halt viel, viel mehr Toleranz, wenn es darum geht, ja, wie lange läuft jetzt die Weiße, ne? Klar. Also, das ist einfach so. Auch jeder Freizeitspieler hat schon mal einen tollen Ball geschafft. Nur eben nicht in der Häufigkeit, wie das, ja, erfolgreiche, gute Spieler tun. Ja, vor allem dann nicht unter Druck, ne? Und unter Druck. Hast du da einen schwierigen Ball und legst den da zehnmal hin für einen guten Spieler wie den Oliver oder so, dann macht der das Ding achtmal rein. Oder neunmal. Ja, und ich schaffe das eben nur fünfmal vielleicht oder noch weniger. Gut haben, ne? Du, wir kochen alle nur mit Wasser. Früher war alles leichter. War wieder super geparkt, die Weiße. Das ist echt unglaublich, mit welcher Konstanz er das schafft. Das war jetzt der dritte Anstoß hintereinander, wo die Weiße vom Pulg abprallt und das Nachlaufeffet wirklich dagegen wirkt und die Weiße dann richtig schön im Tischmitte liegen bleibt. Ist jetzt auch belohnt worden, hat einen guten Einstieg auf die Eins, kann die Weiße gut laufen lassen auf die Zwei. Die Zwei, die Drei liegt in der Nähe der Zwei. Also die Sechs ist mal wieder, wir haben schon einige Kugeln oder einige Partien jetzt gehabt, wo auf der Höhe der Mittellochkante, geht die Weiße ab? Na, na, na. Ja. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet, weil er eigentlich gut an die Weiße rankam, konnte das eigentlich jetzt ganz gut, also ich sag mal, den Winkel bestimmen, mit dem die Weiße aus der Bande kommen, sodass er nie in die Verlegenheit kommt, dass die Weiße auf die Ecktasche zuläuft, ne? Ja. Weil dann, sobald du das verhindern kannst, so ist es völlig egal, wie das Tempo gewählt ist, hätte es im schlimmsten Falle passieren können, dass sie gerade ist. Aber da die Drei nicht weit weg lag, wäre auch das nicht das Problem gewesen, ne? Ja, ich sag mal so, also wir hätten dem Can das ja gegönnt, dass der jetzt das Ding ausschießt und das steht dann 5 zu 2 und was sicherlich so eine leichte Vorentscheidung schon wäre. Ja, aber so konstant, wie er gebraked hat, ist das natürlich, ja, hätte es schon eine kleine Vorentscheidung werden können. Auf jeden Fall ist ihm das Momentum jetzt abhanden gekommen, also, ja, und andersrum ist es natürlich so, da bleibt es ein bisschen spannend, was ja auch nicht schlecht ist. Wobei, apropos spannend, ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass die 6, die 6, nicht immer noch beschissen und der Winkel zeigt nicht in Richtung der 6, sondern von der 6 weg. Das heißt, er wird in jedem Falle, ja, wenn er jetzt nicht irgendwie was unvorhergesehenes rauszaubert, irgendeinen fiesen Rückläufer oder so, muss er da über die kurze Bande spielen. Kurze Bande, lange Bande, ich weiß nicht, hinter 8, 9, äh, hinter 8 und 10 vorbei, da muss er aber viel Effet greifen, sonst stimmt das Tempo schon nicht mehr. Und jetzt hält er an und ich glaube, das geht auch nicht eine Bande Mitte, das geht gar nicht, das klappert. Also eine Bande Mitte ist der Doppelkiss auf jeden Fall. Klappert ohne Ende und, äh, bleibt eigentlich nur eine Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit, ne, ja. Da ist er auch gleich. Alle Kugeln in eine Linie legen, so, dann hast du die größtmögliche Wahrscheinlichkeit, dass das Safe liegen bleibt. Aus der Perspektive kann ich das... Ich glaube, das ist gar kein Safe. Jan kann mit der 6 machen, was er will, kann sich überall anspielen. Ja. Ja. Das war jetzt ziemlich nachlässig, weil das Safe war jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Das glaubt man gar nicht, ne? Also bei so einem Spieler wie Oli Wortmann denkt man, also das ist ein absoluter Standard, dass das ein Safe hat. Aber er kann ja sogar, weil die Kugeln so nah beieinander liegen, konnte er sogar den Abprallwinkel der 6 ganz gut bestimmen. Ja, super, weil... Richtig schön gespielt. Diesmal fällt die Weiße auch nicht. Und jetzt, äh, ja. Ja, da hat der Oliver Ortmann den Jan vom Haken gelassen. Mir gefällt das aber auch, dass der Jan nochmal um den Tisch geht, nochmal guckt, wo muss ich hin und nicht jetzt einfach so, bam, 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 die Dinger weghaut, sondern tatsächlich... Eine Bande oder zwei Banden, die Position? Ich sag über zwei Banden. Zwei Banden, die wieder ins Positionsfeld gespielt. Eins, zwei und dann auf Mitte. Oh, auf die Mitte. Ja. Interessant. Interessant. Ja. Ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich auf die Ecktasche gezielt, gespielt, aber gut. Jetzt kommt wieder gleich... Ein bisschen schlauer geworden. Krasser gegen Efi. Nee, einfach nur locker rein. Ah, okay. Das ist wieder das Problem, er hat nicht den richtigen Winkel gehabt, ne? Und jetzt kann er wieder eine 10 spielen, die... Ja, so ganz sicher ist... Nee. Fühle ich mich auf so eine 10 eigentlich auch nie. Nee, und ich glaube, also da ist ja schon... Und der rennt auch ein bisschen hin und her und... Also ganz haben die beiden ihre Nervosität noch nicht ablegen können. Also bei beiden sind noch einige Ungenauigkeiten im Spiel, ne? Ja. Aber wenn er den jetzt nicht macht, dann ist das aber auch wirklich... Ja. Das wird also, ne? Dann sitzt du dich hin und denkst du, scheiße, 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 ich hab's verkackt. Mhm. Ist auf jeden Fall erstmal was zu knabbern. Ja. So, 5-2. Ortmann stößt an. Ja. Aber schön dabei hier. Knapp an der 9 vorbei mit viel Linkseffee. Okay. Wieder aus der Bande raus, um nochmal an der 9 vorbei zu kommen. Da sieht man, wie das Effekt greift. Ja, da... Auf dem Hin... Oh, oh, oh. Dies ist jetzt die Weiße wieder weg. Okay, jetzt hat er aber ein Problem. Vier... Die Vier... Ich geh mal davon aus, dass die Vier nicht in eine der unteren Ecktaschen spielbar ist. Vielleicht geht die Vier in die Mitteltasche, schwer zu sagen. Ja, oder einfach nach oben. Ja, oben auf jeden Fall in die eine Ecktasche, ne? Ja. Je nachdem, welchen Winkel er jetzt auf die 3 hat, könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass er es versucht zu lösen. Kommt ein bisschen drauf an, wie gut der Winkel ist, den er jetzt auf die 3 hat. Also, ich glaube, ich glaube, er... Ja... Was weißt du? Okay. Spielt sie lang. Ja. Vielleicht spielt er auch ein Save, obwohl... Na, ich weiß nicht. Die 5 auf 6 ist natürlich noch so eine Geschichte, wo er die... er kann die 4 jetzt eigentlich nicht so einfach reinrollen. Nee, richtig. Also, entweder zurückziehen oder doch weit vorlaufen lassen. Zurückziehen und weiter... Ja. War nicht ohne, ne? Also, es war... Ja. So, jetzt haben wir das gesehen, das macht Olli auch sofort. Er nimmt halt diese Aufbaufolie da vom Tisch und eben lag eben genau die 4 da in der Nähe von dieser Aufbaufolie. Hat das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, verändert das irgendwas? Ist die 4 nicht gefallen wegen der scheiß Folie? Nee, glaube ich nicht. Also, wenn du sie reingerollt hättest, so, dann kann die Folie schon mal für Änderungen sorgen, aber... Das kann nicht mehr bei... Also, wenn beim fest oder relativ fest gespielten Ball... Ähm... Ja, stört die Folie eigentlich nicht. So, offene Partie. Kann man sich wieder die Frage stellen, ob er den über eine Bande laufen lässt? Ich denke mal, ja. Ja, eine Bande. So, jetzt zeigt der Winkel von der 9 weg. Das heißt, zwei Banden. Zwei Banden hinter der 10 durch. Ja, gegen die Fede und laufen lassen. Eine Bande. Okay, gut. Ja. Das wäre jetzt so ein Verzögerungsball, ne? Manch anderer hätte den auf die andere Seite laufen lassen, aber gut. Geschmackssache. Erfolg gibt ihm recht. Drei zu fünf. Drei zu fünf. Ich sag mal, wenn Can das ausgeschossen hätte, wäre es sicherlich eine Vorentscheidung gewesen. Da hätte ich den Oliver nicht nochmal wiederkommen sehen. Wenn nichts unvorhergesehenes passiert. Und so einen Ball, den kann der Can, ne? Ja. Also, das ist jetzt... Ja. Und das war auch verdammt knapp. Ja. Vielleicht ein Tickchen lockerer und die wäre vielleicht noch reingeflutscht. Ja. Also, der hat schon ordentlich was von der langen Bande mitbekommen, ne? Ja. Ja, ein bisschen weniger Geschwindigkeit und dann... Also, es ist manchmal so, dass... Fallen die doch noch, oder? Ein richtig schöner, weich gespielter Stoß. Da hast du oftmals noch die Tendenz, dass eher was reinrutscht, als wenn du da jetzt so reinhackst. Ähm... Ja. Aber das Ergebnis hat ja gezeigt, dass der nicht weich genug war. Mhm. Aha, da konnte man mal richtig schön sehen, dass diesmal ein bisschen mehr Nachlauf in der Kugel war, als bei den Anstößen zuvor. Dass die Weiße, obwohl sie wieder ähnlich abgeprallt ist, wie bei den Anstößen zuvor, dass jetzt doch das Nachlaufeffet, also doch deutlich mehr Nachlaufeffet in der Kugel war und die Weiße dann wieder in die untere Tischhälfte gebracht hat, ne? Ja, aber ich sehe die Weiße auf dem Tisch, aber... Ja. Es ist nichts gefallen. Push. Und, ähm... Ja. Also, da wird nichts viel anderes als der Push bleiben, ne? Ja. Ich meine, wenn er jetzt Efren Reis heißen würde, dann würde er vielleicht über die kurze Bande auf die Eins spielen und die hinter der Sieben verstecken, aber... Äh... Äh... Ortmann ist sicherlich ein richtig guter, solider Vorbandenspieler, aber... Ja. Er entscheidet sich für das Push. Das ist jetzt auch so ein klassisches Push, äh, äh, was ich mal in so manchem Buch, was ich gelesen hab, als Empfehlung mitbekommen hab, dass man dem Gegner nie eine volle Kugel hinlegen lassen sollte, weil da die Optionen einfach so groß sind, ähm, was er mit der Kugel anstellen kann. Und in diesem Falle ist das Problem, dass die Eins ja nur auf der linken Seite anzuspielen ist, und, äh, ja, die Weiße sich dann unweigerlich, äh, in Richtung langer Bande, kurzer Bande bewegt. Wobei sich die, die zwei Kugeln dann durchaus nochmal begegnen können, also der Doppelkiss ist hier, äh, äh, doch schon recht wahrscheinlich, was das Ganze echt schwer macht. Also, ich bin mal gespannt, was sich da überlebt hat, also wir können mal gucken, äh, ob es einen Doppelkiss geben wird, ob sich die Eins und die Weiße zweimal berühren, oder ob er das mit viel, viel Effet verhindern kann. Ja, vielleicht auch gar nicht jetzt direkt drauf spielen, sondern gleich über die Vorbande spielen. Ja, aber, ja, ja, aber dann hätte er, das hätte er dann auch gleich machen können, ne, jetzt ist der Ball noch länger, als das eben war. Vielleicht versucht er auch gleich über die Vorbande zu gehen. Ja. Genau das, was du gesagt hast, ist passiert. Ja. Aber in dem Fall ist es gut gegangen. Aber er hat ein bisschen Glück gehabt, ne? Aber wobei, wenn, wenn Can die Eins sehen kann, wo ich von nicht ausgehe, dann wird das nächste Mal, dass Oliver Ortmann an den Tisch kommt, ein richtig, richtig ekliges Safe werden, ne? Weil die Sicherheit hier relativ einfach ist. Kurze Bande, lange Bande, kurze Bande, hinter vier, neun wahrscheinlich. Oh, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass er die Eins dünner trifft, sodass die Eins vielleicht maximal bis zum mittleren Diamanten läuft und die Zwei dann, äh, die Weiße hinter der vier und drei liegen bleibt. Ja, ganz, ganz klar zu dick getroffen. Ja, ja, ja. Das wollte er niemals so und, äh. So, Kiss Shot. Ganz langsam gespielt, Kiss Shot. Ja. Weiße berührt die Eins auf der rechten Seite und die prallt auf die Fünf und kann danach die... Jawohl. Ah, okay. Ja, ist aber auch jetzt nicht so ganz leicht, weil der Kontakt mit der Eins ist einfach jetzt dünn. Ja, man hat wieder gesehen, obwohl er die Weiße schon recht langsam gespielt hat, dass die Eins noch richtig viel Geschwindigkeit bekommen hat. Ja, und die viele Geschwindigkeit, ja, das versucht er gar nicht erst. Und der läuft, aber der ist gut, ist gut. Eine gute Linie getroffen, ne. Man sieht, dass jetzt die Zwei, die Vier und die Neun dazwischen liegen. Naja, gut. Aber diese Zwei-Button von hinten in Richtung Drei spielen die Eins. Ja. Ja, er hat eine ganz gute Safe-Option. Also die Vier und Neun sind da als große Blockade, ne. Wenn er... Wenn die Eins dünn ist, dann wird die Weiße extrem schnell. Ja, dann ist es eben wieder keine Kontrolle, sondern eben nur ein bisschen mehr Glück. Also wenn er ihn angeht, gehe ich mal davon aus, dass er ihn mit viel, viel Linkseffet tief gespielt, sodass er zwischen neun und zwei durchläuft. Und dann sollte das Tempo so gewählt sein, dass er nicht hinter der Sieben liegen bleibt. Also Position zwei auf Mitte. Okay, Konter-Effet gehalten und... Ja. Also hier lernt man mal wieder dazu, den habe ich so gar nicht gesehen. Aber natürlich die viel bessere Option, weil er den nicht so langsam spielen muss oder nicht mit so viel Effet. Ja, ja, ja. Und er hat sich sogar noch die Drei ein bisschen günstiger hingestellt, ne. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass das gewollt war, ansonsten... Eieieiei. Also er musste ihn zwar leicht stechen, aber das war ein absolut machbarer Ball für Oliver Ortmann. Also Ortmann, man kann sagen, ist noch nicht wirklich, also zu keiner Zeit wirklich angekommen in dem Satz. Vielleicht im allerersten Spiel, als Can das Foul nach dem Jump begangen hatte. Aber danach habe ich von Oliver eigentlich nicht viel Konstanz gesehen, ne. Also... Ja, doch, der ein oder andere Fehler ist schon da, wo man sich dann fragt... Ja, das fing mit der dünnen Sieben an, als er 2-1 hätte in Führung gehen können. Oder ne, ich glaube 2-0 sogar. Da ist die Fehlerquote viel zu hoch. Also... Ich weiß nicht, der wievielte verschossene Ball das jetzt schon von Oliver Ortmann ist, aber... Auf jeden Fall mindestens 2-3 zu viel. Ja, Partie liegt offen, ne. Also... Wenn er es jetzt schafft, jedes Mal die Weiße in die Tischmitte zu bringen... Ja, das... Ich muss jetzt eigentlich nur noch gucken, dass er die Weiße in die Tischmitte bringt, bei fast jeder Position. Von der 10 mal abgesehen. Und dann... Ja, ist das das vielleicht schon vorentscheidende 6-3. Ja, wer ist denn für dich hier der Favorit für das Turnier, Margot? Was würdest du sagen? Wir haben viele, viele, viele starke Leute. Ähm... Ich habe jetzt den Spielplan nicht im Auge. Ich weiß jetzt nicht, wer alles, äh... Noch dabei ist. Aber ich habe... Äh... Ramazan Dinsa spielt sehr, sehr stark. Ähm... Hat Marc Beisterbosch ausgeschaltet. Dann, ähm... Jan Wolf. Grundsolide. Niklas Dohr ausgeschaltet, der... Der bislang eigentlich, äh... Fast, ja... Fast makellos gespielt hat. Ähm... Natürlich Lars Kukerm, ne. Also... Also eigentlich die... Das solide Spiel in Person. Äh... Und auch einer der besten Jumper, den ich hier, äh... Äh... Bislang begrüßen durfte. Also er war ja beim letzten Turnier in Bremen im September schon hier. Und eine Quote auf die Jumps, das ist einfach unglaublich. Also ich weiß nicht, er hat glaube ich sechs, sieben Mal, äh... 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 Und davon waren... Also wenn es sieben Mal waren, waren sechs davon drinne. Jedes Mal mit Position. Auch schwere Dinger, ne. Also das war echt der Hammer. Also Lars Kukerm auf jeden Fall, äh... Äh... Ja. Hier nochmal eben gesehen, da die leichte, relativ leichte, verschossene, äh... Zwei, die dann im Loch einfach liegen geblieben ist. Also das... Ja. Ja, darfst du dir auf dem Niveau nicht leisten, ne. Also ruckzuck bist du sechs, drei hinten und äh... Ja. Also jetzt... Ja, und das ist auch... Und Can hat bislang auch noch sehr, sehr konstant angestoßen, ne. Also es war eigentlich kein verunglückter Anstoß, sondern wenn Oliver eine Chance hatte, dann weil Can, äh... Weil nichts gefallen ist oder weil die... Weil er keinen Schuss auf die Eins hatte oder auf die niedrigste Kugel. Also... Also ich sehe den Olli hier nicht nach... Wiederkommen, ne. Ja. Also es steht sechs, sechs zu drei und äh... Ja. Wir haben sechs zu... Aber totbesagte Leben länger, ne. Und er hat auf jeden Fall die Fähigkeiten, hier nochmal einen Gang, äh... Äh... Draufzulegen. Aber, äh... Wenn man sich die Anstöße von Can anguckt und die von Oliver, dann sind... Ist das einfach die... Die totale Kontrolle, wenn wir das Wort mal hier gebrochen wollen. Und bei Oliver ist die Weiße doch immer ein bisschen mehr durch die Gegend geschubst worden. Und es war immer mehr so ein bisschen, äh... Zufall, wo sie liegen blieb. Bei Can liegt die... Ich würde fast sagen, an der Stelle jetzt schon mindestens zum dritten Mal. Ja. Und das ist einfach so super konstant. Und auch die Eins läuft ganz oft in Richtung der Ecktasche, äh... Also Kopf, Kopf rechts in dem Fall. Äh... Hat natürlich das Problem, dass die Vier wieder Pressbande liegt in der Nähe der Mitteltasche. Und die Sechs liegt im Weg. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Ja, aber der Vier... Ich glaube, die Vier hat gar keine Tasche, ne. Die Vier liegt auch... Wenn man die Vier jetzt lang über die Mitteltasche hinweg spielen wollte, liegt die Neun im Weg. Also, äh... Ja... Wir werden sehen, was er mit dem Vier macht, ne. Okay. Ne, ist okay. Gar die... Kleine Diskussion zwischen den Beinen. Ne, ne. Alles gut. Sind wir zu laut? Hehehe. Die Schotten sind hier dicht, ne? Also, was wir hier reden, hören die da unten mit Sicherheit nicht. Ah, es kommt gern. Sind wir zu laut? Hehehe. Hehehe. Die Schotten sind hier dicht, ne? Also, was wir hier reden, hören die da unten mit Sicherheit nicht. Ah, es kommt gern. Was ist los? 6-3 ist korrekt. Ja, das ist richtig. Ja. 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 Obwohl, warte mal, das ist jetzt die Frage, ne? Äh... Wenn... Can stößt ja bei gerade an, ne? Der hat ja das Ausstoßen verloren. Warte mal. Ich geh mal runter. Geh mal runter. Jo. Also, wir haben... Wir haben jetzt hier... Gerade so eine... Situation, dass... Die beiden Spieler sich nicht einig sind oder... Sich wundern, wie steht's denn eigentlich. Und der Oliver, der dachte wohl, das steht jetzt... 5-3. Aber... Wir sind eigentlich der Meinung, das steht jetzt 6-3. Und... Äh... Ja. Wir haben ja alles auf... auf... aufgenommen und könnten jetzt natürlich nochmal alles... So... Zurückverfolgen, indem man einfach so... Sich das alles nochmal anguckt. Bitte? Bitte? Genau. Jo, Marco, du warst eben da unten. Was wollen die beiden machen? Äh... Ja, das Problem ist halt, dass Can eben die Partie angestoßen hätte. Und das hätte nicht passieren dürfen, weil bei Can hat das Ausstoßen gewonnen. Und demzufolge stößt er bei geraden Spielständen an. Und der Spielstand 6-3 ist ungerade, also muss Oliver Ortmann anstoßen. Und ist das jetzt so, dass das Spiel quasi nicht zählt oder wie wird er jetzt verfahren? Ich meine, er hat gewonnen. Das... äh... Ja. Also... Also beim Spielstand von 6-3. Ja. Also keine Wiederholung oder so. Ich hätte ja anstoßen müssen. Also das... 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 das Rack wird wiederholt. Ja, also er... äh... Can hätte nicht anstoßen dürfen, ne? Aber wir... wir können uns ja... ich weiß nicht, Wiederholung? Also ich bin mir absolut nicht sicher, was das Regelwerk da in solchen Situationen vorgeht, aber... Ja, aber den... den Fall hatte ich noch nie. Wir haben ja einen Regelkundigen hier in unseren Hallen dabei. Mit dem Herrn Bolden. Der ist... Er hat, glaube ich, so sämtliche Schiedsrichterprüfungen und alles da bestanden. Und... und... In solchen Fällen ist das immer ganz gut, wenn man jemanden hat, den man immer fragen kann. Also ich... Kannst du mal bis zum letzten Anschluss zurückgehen, äh... Erster, ja? Wer hat denn das Spiel davor angestoßen? So, wir fragen mal die Regie, ob die uns jetzt helfen kann und wir... Wollen mal so ein bisschen zurückscrollen da... Mit der Zeit... unserer Zeitmaschine. Also die Partie bis zum Anfang, wer die... beim Spielstand von 5, 3, wer die angefangen... Ja, ja, also die Partie, in der du jetzt bist, mal ganz, ganz zurück. Mhm. Ja, noch ein Stück zurück. Ja... Wir gucken jetzt hier gerade mal, wer die Partie vorher angestoßen hat. Und... Da und... Das... Jetzt... Jetzt bist du schon zu weit, ne? Ja, jetzt... Für zwei... Und dann... Ja... 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 Da steht es 4, 2, ne? So, jetzt ist... Und da war der Can hat angestoßen, oder? Bei 4, 2 hat er angestoßen. Ist ja auch richtig, ne? Ja, Moment... Jetzt... Wir sind jetzt hier noch beim... Spielstand 3, 2. 3, 2. Jetzt bist du ganz zurück. Okay, aber jetzt läuft aber auch schon hier die... Partie oben weiter. Ja, Can hat bei 4, 2 angestoßen, ist auch richtig, ne? Ja. Ja, und dann... Wer gewinnt das Spiel? Ja, wie... Also, gut... Also... Offensichtlich haben die beiden sich geeinigt, und... Und wir... Wir können ja mal so... Neben... Nebenbei... Die Regie bitten, ob sie das nochmal aufklären kann. Ja... Dass wie das mit den Anstoßen gelaufen ist. Auf jeden Fall... Ja, vielleicht jetzt schon... Das letzte Spiel, obwohl... Der Oliver... Ist dran und das Bild sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen knifflig... Was ist mit der... Mit der... Sieben und die Vier wieder an der Bande. Bei 4, 2 stößt Can auf jeden Fall an. Da passt das noch. Ja, wo du mich vorhin fragtest, so wen ich hier als Favoriten oder wen ich hier als Chancen oder jemanden, der das gewinnen könnte sehe. Okay, also auf jeden Fall Marco Spitzky. Marco Spitzky auch sehr, sehr, sehr sicher, solide, hat man vorhin gesehen, im Spiel hier vor. Als der Mohamed Soufi. Mohamed Soufi ist immerhin Finalist aus dem Turnier vom September. Und den zu schlagen auf dem Center Court hier auch in der souveränen Manier, das war schon aller Ehren wert. Und ich weiß, dass Marco auch gegen Dimitri Jungo gewonnen hat. Das heißt, er hat auch schon den einen oder anderen Spitzenspieler hier aus dem Turnier gekehlt, beziehungsweise in die Verliererrunde geschickt. Und hier Kiss Shot. Ja, schön gespielt. Winkel passt. Schöne Partie von Oliver Ortmann. Ja, auch seine letzte Chance im Prinzip, ne? Ja. Wenn, dann jetzt. Ja. Das reicht auch, jawoll. Ja. So, was haben wir? 6-4. Das heißt, Can stößt an. Jetzt sind wir wieder im, äh... Also irgendwann muss der Oliver ja auch mal anstoßen. Hat er ja eben. Hat er eben? Ja, ja. Das war ja jetzt eine An-Aus-Partie. Aber jetzt baut, äh, ja, Can wieder auf. Ja, jetzt ist der Spielstand ja auch gerade, ne? Jetzt steht es 6-4. Okay. Wenn Sie dann da unten mal den, äh, äh, den, äh, den Button drücken. Also Spielstand 6-4 für Can Salim gegen Oliver Ortmann. Ja, hier nochmal zu dick getroffen, die zwei. Der fällt natürlich auf keinem Tisch der Welt, ne? Also zumindest nicht hier, äh, seitdem die Taschen generell hier und da ein bisschen enger gemacht wurden. Aus dem Winkel darfst du die vordere Kante nicht treffen. So, nochmal schauen. Can hat ja jetzt einen Anstoß mehr machen dürfen, als er ihm eigentlich zugestanden hätte. Also geübt hat er den ja schon. Und er lag ja eben auch wieder wie gemalt. Dann ist die Partie ja abgebrochen worden, weil er fälschlicherweise angestoßen hat. Oliver wäre eigentlich dran gewesen. Can breakt immer bei geraden Spielständen. So, wie auch jetzt. Bislang waren, ich glaube, die letzten vier Anstöße, äh, lagen eigentlich alle weiße mehr oder weniger Tischmitte. Die Eins läuft in die, äh, obere rechte Ecktasche. Zumindest in die Richtung. Und die weiße immer schön in die Mitte geparkt. Ah, setzt nochmal ab. Kann immer noch schön sehen, wie weit Can vorhält. Korrigiert den Punkt der weiße nochmal leicht. Aha, es klopft. Ja, wieder gehüpft. Und, ja, diesmal, diesmal. Die Eins hätte sich nicht wieder in Richtung der Ecktasche bewegt, bloß die weiße liegt jetzt auf der anderen Tischhälfte. Aber ansonsten wieder, äh, super frontal getroffen. Das ist eine unglaubliche Präzision bei der Geschwindigkeit und dem Druck, äh, die, die vorderste Kugel, in dem Fall die Eins, so präzise zu treffen. Weil jeder, der schon mal zehn Ball angestoßen hat, der weiß, wie schnell einem die Weiße in die Mitte abhaut, ohne dass man den Pulk jetzt grausam schlecht getroffen hat. Ja, und das haben wir ja auch sogar schon bei den Spitzenleuten gesehen. Ja, ja, ja. Also selbst Oliver ist das in der Begegnung gegen Ralf Eckhardt bestimmt zweimal passiert und, äh, ja, und einmal sogar vom Tisch geflogen. Das ist eine offene Partie. Ähm, eins auf zwei ist wahrscheinlich noch mit das größte Problem. Hm. Es sind eigentlich alle Wege offen. Jetzt braucht er einigermaßen großen Winkel, um von der zwei auf die vier zu kommen. In dem Fall ist es ein richtiger Vorteil, dass die Banden so schnell sind, weil man denen jetzt nicht, also, langsames Tuch, langsame Bande, müsstest du, um von der zwei auf die drei, äh, auf die vier zu kommen, den schon mit, äh, hohem Tempo spielen. Hier reicht immer noch moderates Tempo. Ist jetzt die Frage, entscheidet er sich hinter der neun oder vor der neun? Ja, vor der neun, aber dann ist die Mitteltasche recht groß, ne? Ohlala, ja. 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 Das ist so, so der Angstball eigentlich immer, ne? Ja. Bloß nicht in die Mitte. Ja. Aber Tempo gut gewählt. Ja. Sechs auf sieben ist jetzt nochmal eine kleine Herausforderung, weil die sieben nur in die eine Ecktasche geht. Der Winkel ist ein bisschen zur Bande, noch nicht wieder zurück, ja. Aber die acht liegt auch relativ nah an der Tasche, sodass die Position jetzt auch nicht ultrapräzise sein muss. Also ich denke, er spielt einfach einen Rückläufer und kann das so halten, dass die Weißen da nicht zu dicht an die Bande kommt. Nein, er drückt den in die Bande mit Effet, sodass er, ja, das ist okay. Er macht's wieder anders. Ja. Okay. Ja, für den Rückläufer war der Winkel vielleicht zu groß, ne? Ja. Hier bleibt jetzt eigentlich nur der Zugball in die lange Bande. Einmal um die neun rum. Oder zwischen neun und zehn vorbei. Einmal um die neun rum. Ja, zwischen neun und zehn. Ah, da konnte man nochmal sehen, wie die Weiße aus der Bande geflogen ist. Okay. Ich denke nicht, dass er die so weit rausspielen wollte. Ja. Aber da sind die Banden, wenn sie in einem steilen Winkel in die Bande gehen, ultraschnell, ne? Das ist sehr schwer zu kalkulieren und das ist ihm hier auch wieder passiert. Er wollte mit Sicherheit nicht so nah an der Bande liegen bleiben, weil der Winkel auf die Achter noch ein bisschen unglücklicher ist. Ist jetzt ziemlich gerade. Ja, also dafür, dass das eben noch so, ja, eigentlich spielbar und einfach aussah, macht der Can hier schon ganz schön aus. Aufwändige Sachen. Ja. Obwohl das wahrscheinlich jetzt aufhört. Aber das ist auf jeden Fall, ja, das sollte das Match sein. Jetzt ist das, glaube ich, nur noch eine 3 oder 10 einfach rein. Aber das ist auch eine ziemlich schnelle Partie, ne? Wenn wir jetzt mal gucken, 1 Stunde 11 und der Spielstand ist 6 zu 4, also gleich 7 zu 4. 11 Spiele in knapp einer Stunde. Ja, es wird sogar geklatscht, wunderbar. Die Zuschauer sind zufrieden, ja. Ja, wunderbar. Leider nicht der Krimi, den wir uns vielleicht erhofft haben. Aber aus Bremer Sicht natürlich schön, wenn der Lokalmatador gewinnt. Ja, er war jetzt nicht unangefochten, also es waren hier und da immer so ein paar unpräzise Geschichten. Aber Can war der deutlich konstantere mit der niedrigeren Fehlerquote. Ja, und hat letzten Endes, glaube ich, verdient gewonnen. Und ja, Oliver hat leider zu viele Schussfehler gemacht. Die haben ihm alle Spiele gekostet. Und auch der Anstoß war von Can Salim wesentlich kontrollierter und hat ihm dadurch viel mehr Kontrolle über das Match gegeben. Ja, also muss ich auch sagen. Vor allem diese Fehler, die sich da bei Oliver eingeschlichen haben, wo man denkt, das kann doch nicht sein. Das hat mich tatsächlich so echt ein bisschen überrascht. Jetzt werden wir mal gucken, wo sind wir denn jetzt? Das war jetzt, glaube ich, das Achtelfinale. Jetzt kommt, glaube ich, das Viertelfinale. Ich habe jetzt den Turnierbaum nicht so im Blick. Ja, ich würde sagen, wir haben uns jetzt auch eine Pause verdient. Ja, ich habe auf jeden Fall das Wasser gebraucht bei dem ganzen Sabbel hier. Aber er hat Freude gebreitet. Ja, danke Marco. Hat Spaß gemacht. Danke, Frank. Und ja, wir gehen erstmal wieder raus und melden uns dann wahrscheinlich später nochmal wieder. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich dann wieder Marco mitbringe oder jemand anderes oder hier tauchen ganz andere Leute auf. Ja, wir haben ja so viel Prominenz hier und es gibt ja ganz viele, die schon einiges an Kommentar oder Erfahrung haben. Also Kiki macht das ja auch gut so. Die kennt ja auch den halben Laden viel besser als wir. Mal sehen, wie wir hier gleich ans Mikrofon bringen. Erstmal schönen Abend. Noch viel Spaß mit dem Turnier. Es kommen noch richtig geile Matches. So viel ist sicher. Also das Feld ist noch gespickt mit den absoluten Granaten. Und ja, wir haben noch viel Spaß und bis später. Gut. Alles klar. Tschüssi. Tschüssi casi. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ...... 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 ......... ......... ............ ............ ............ ............ ......... ......... ......... ............ ......... ......... ............ ............ ............ ............ ............... ............... ............... ............ ............... ............... ............ ............ ............ ............ ......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... Vielen Dank. 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 ... Ja, wir... ... 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 ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... 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 ......... ...... ...... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, sobald es einen besonders gelungenen Stoß gibt oder vielleicht auch einen besonders skurrilen Stoß, da ist der Buzzer unparteiisch, drückst du drauf und dann speichert die Software entweder die letzten 30 Sekunden, die letzte Minute oder sogar die letzten drei Minuten. Das ist jetzt beim Turnier, glaube ich, mitunter, ich weiß nicht, ob der Buzzer aktiv war. Also der Buzzer ist aktiv und ich weiß aber nicht, was jetzt voreingestellt ist, ob es eine Minute ist oder 30 Sekunden. Auf jeden Fall haben wir da schon vorhin fleißig drauf rumgedrückt auf dem Ding und wir hatten dann auch so ein bisschen rumgesponnen, ob es nicht vielleicht auch sinnvoll wäre, so etwas wie die Tour des Monats zu machen. Ja, auf jeden Fall, das Ding ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ja, dass man wirklich dann auch sagt, komm mal hier, unsere interne Auswahl hat ergeben, dass jetzt hier diese fünf tollen Szenen die Besten sind und dann lässt man die Community vielleicht da auch abstimmen und macht dann noch so eine kleine Auslosung und macht da ein bisschen was von. Also wie die Tour des Monats halt. Ja, ja. Also das ist viel möglich und ist auch lustig. Also ich finde sowas auch extrem lustig. Ja, ja, also es ist eigentlich, wenn man sich die Frage stellt, warum gab es das bislang noch nicht, ne? Also der Gute-Need-Team ist da echt was Gutes eingefallen. Also ich sage mal, wir leben im 21. Jahrhundert und rein technisch sollte das ja kein Problem sein, ne? Aber das gab es bislang nicht. Ich weiß nicht, kann mal jemand schreiben, ob jemand anders sowas schon mal realisiert hat oder ob es das irgendwo anders gibt. Aber, ja. Oder wie häufig hat man sich das schon gewünscht, wenn man gedacht hat, oh, geiler Stoß, den hätte ich gerne mal auf Video, ne? So, also hier entscheidende Phase. Nicht ganz leicht. Wo sich die Zehner in der Nähe des Diamanten an der kurzen Bande, also wo man jetzt nicht einfach sagen kann, ich lasse den mal grob irgendwo liegen, sondern wo die Position ein bisschen genauer sein muss. Also man braucht schon eine vernünftige Idee, jetzt versucht das zu stechen, ist das so? Ja, wahrscheinlich lange Bande, lange Bande und dann die Zehn auf die... Ja, 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 ja. Er hat jetzt Glück, dass tatsächlich die Weiße da hinten an der Bande liegen bleibt und dass jetzt zumindest kein leichtes Bild, ne? Naja gut, einerseits hat er Glück, dass die Weiße da liegt, andererseits ist die Zehn jetzt natürlich in einer deutlich günstigeren Position für Marco. Er muss jetzt in Anführungsstrichen die Neun reinschießen und hat dann eigentlich eine gute Chance auf die Zehn. Wäre die Zehn da liegen geblieben, wäre auch da die Position deutlich schwieriger gewesen. Ja, bretthart, also... Au, kommt ein bisschen weit raus. Ne, super. Super Stoß. Also das wäre jetzt so ein Moment Buzzershot, ne? Ja, genau, genau. Knopf drücken und hinterher nochmal angucken. Mount Zero, klasse Event. Ja, wir haben uns Mühe gegeben und fast schon ein bisschen schade, dass es sich jetzt dem Ende nähert. Wobei, wir sind jetzt hier im Viertelfinale, da warten noch zwei Halbfinals auf uns und dann immer noch ein Finale. Also, ja, stellt euch mal auf eine Nachtschicht ein, ne? So, jetzt müssen wir uns mal merken, dass Can immer bei ungeraden Spielständen anstößt. Eben gegen Oliver Ortmann hat er bei geraden Spielständen angestoßen. Und da sind die beiden dann irgendwann durcheinander gekommen, sodass ein Rack sozusagen abgebrochen werden musste. Oh, das nenne ich mal, ja, richtig schön geparkt, die Eins wieder richtig schön vor der Ecktasche. Die weiße, absolut Tischmitte mit allen Optionen. Ja, Anstoß wie aus dem Bilderbuch, ne? Ja gut, die zwei, die ich kenne, es gibt immer irgendwo ein kleines Aber, ne? Bisschen anspruchsvoll. Ja, den Winkel super getroffen. Fast schon ein bisschen weit gerollt, aber ich glaube... Bisschen Winkel, dass man noch vernünftig auf die drei hat. Die drei liegt ja fast in der Ecktasche, also von daher muss er den nur ein bisschen rausdrücken. Beziehungsweise nachlaufen lassen, der Winkel liegt. So, jetzt werde ich meine Augen nochmal anstrengen. Ich glaube, bei der fünf liegt die sechs, ja? Das wirst du die sechs sein, ja? Tja. Also ein ziemlich schnelles Spiel, man kann sehen, die Partie dauert 20 Minuten. Und wir haben auf jeden Fall schon drei Punkte oder drei Partien gespielt und die vierte nähert sich auch dem Ende. Die größte Herausforderung ist eigentlich, die neun zu stellen. Dass man danach eben auch die Zehn spielen kann, ohne dass da viel passiert, ne? Ja, ich sag mal gut, er hat natürlich immer die Option, dass er, wenn er den Winkel zur Zehn hat, dass er die, wenn der Winkel nicht zu groß ist, dass er sie, ja, ein bisschen davon wegziehen kann. Also der Kontakt sollte gut zu kontrollieren sein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mal schauen, ob er das machen muss oder ob er sie sowieso weit zurückzieht. Ja, jetzt hat er natürlich das Problem, dass der Winkel sehr stark von der Zehn weg zeigt. Ohlala, geht die überhaupt noch? Ich glaube, die geht. Und glücklicherweise ist der Winkel so groß, dass er sie eigentlich relativ, einfach mit relativ wenig Aufwand über die andere lange Bande... Ui. Ja, der wird ein bisschen länger, als man sich das wünscht, aber immer noch genügend. Ja, die Weise kommt ein bisschen von der Bande weg, was das Ganze ein bisschen angenehmer macht. Ja, erstaunlich hart spielt er den, ne? Also ich für meinen Geschmack hätte mir den deutlich weicher gespielt, um, sagen wir mal, die ein oder andere Ungenauigkeit vielleicht noch zu verzeihen. Also wenn der nicht genau genug gespielt gewesen wäre, hätte er geklappert. Aber gut, der Erfolg gibt ihm recht und, äh, ja, mit Überzeugung reingespielt. Zwei, beide. Ah, hier nochmal, schön in der Zeitlupe. Also da kann man, kann man fürs Lehrvideo. Das ist einer fürs Anstoß Lehrvideo. Nicht nur, weil die Weiße richtig schön in der Tischmitte geparkt wurde, sondern weil die Eins auch schön kontrolliert vor der Ecktasche landet. Zwei Kugeln sind gefallen, also das ist ein ideales Break. Und, äh, ja, konsequenterweise dann auch nahe Auspartie, ne? Und das ist auf jeden Fall was, was, äh, ja, Markus Spitzky im Auge haben sollte, dass er damit rechnen muss, dass Can, äh, eine hohe An-Ausquote haben wird, ne? Ja, hier kann man jetzt sehen, dass ihm die Weiße, ähm, ja, prallt vom Pulg ab, aber es ist nicht genug Nachlauf-Rotation in der Kugel, dass sie sozusagen abbremst. Ja, oder anders ausgedrückt, er hat sie, hat die Kugel zu tief getroffen. Nur eine Nuance zu tief, aber immer noch so tief, dass die Weiße jetzt nicht in der Tischmitte liegen bleibt, sondern an der kurzen Bande. Tja, was haben wir jetzt? Push-out, oder? Ich weiß nicht, kann er die Eins, äh, in die untere Ecktasche lochen? Ja, und um dann was zu tun, da irgendwie Position für die Zwei? Oh, schön, aber die Eins auch, na, prallt sie von der Sieben, äh, ich glaube, es ist safe. Ich würde sagen, es ist safe. Aber ich habe mich da bei der Überkopf-Perspektive schon so einige Male getäuscht. Ja, von da sieht es auch safe aus. Ja, ja, ja. Ich weiß noch, beim Ralf Eckert gegen Oliver Ortmann gab es so eine ähnliche Position, wo die Weiße eingeklemmt zwischen zwei Kugeln waren, ne? Ja, da vor dem Mittelloch, ne? Da sah es zuerst so aus, ja, der geht oder so, und dann war es doch also ziemlich eindeutig, dass da gar nichts geht. So, jetzt wahrscheinlich auch wieder... Carsten Reck, kann man den Untertitel irgendwie im Bild deaktivieren? Das nervt im Bild. Ja, ich bin kein Facebook-Spezialist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mal eben in die Runde fragen, so, kann man die Untertitel irgendwie ausblenden? Ich glaube, dass... Ich weiß nicht, ob das geht. Also bei YouTube könnte ich es dir sagen, wenn du über... Du könntest alternativ über YouTube gucken. Auf YouTube kann ich dir auf jeden Fall sagen, wie man die Untertitel ausblendet. Also hier mein Kollege aus der Regie sagt gerade, wenn du über Facebook guckst, unter dem Button CC, müsstest du die Untertitel an- und ausschalten können. Probier's mal aus. Ansonsten YouTube, da ist es auf jeden Fall frei. Ja, in der Zwischenzeit... Ja, schöne Grüße an... ...arbeitet Marco da rein... Recht hast du. ...ne, das ist gar nicht Marco, das ist der Chan schon wieder. Ja, auch das ist, denke ich, ein machbares Bild. Vielleicht einfach laufen lassen für die Fünf in die Mitte. Und dann gleich hochzukommen für die Sieben. Ja. Oder wieder Zugball zurück. Ja, guckte es sich auf jeden Fall an, weil ansonsten für den Zugball ist der Winkel schlecht. Ja, das war ein anspruchsvollerer Stoß, als das wahrscheinlich wirkt. Also die Kugel exakt eine Kugelbreite hinterherlaufen lassen, so genannte Replacement Shot, ist technisch höchst anspruchsvoll. Weil man genau timen muss, dass die Weiß in dem Moment, wo sie auf die Objektkugel trifft, halt noch eine minimale Vorwärtsrotation hat. Und ja, das sieht leicht aus, aber das ist schwer. Allzu schnell passiert ist, dass die Weiße entweder stoppt und man sich selbst safe legt oder zu viel Rotation nach vorne drin ist und die Position durch ist. Ja, starker Ball auf die Fünf. Sieht unspektakulär aus, aber das war der Schlüssel zum Erfolg. Der Rest ist relativ easy. 3-2, Jan Salim. Bam, hier nochmal gut in der Wiederholung zu sehen, dass die Weiße hebt voll ab. Also das, ich weiß gar nicht, 20, 30 Zentimeter fliegt die nach oben. Und trotzdem totale Kontrolle. Aber alles noch sehr, sehr kontrolliert. Also ich sag mal, die richtig Granaten-Breaks, wo das Ding wirklich 30, 40 Zentimeter in der Luft ist, so, die sieht man hier eigentlich nicht, weil das sieht spektakulär aus, aber so schwer zu kontrollieren. Also habe ich heute von allen Spezialisten hier noch keinen Break erwischt. Time Out, so wie es aussieht? Oder ist das Bild eingefroren? Ja, ich weiß nicht, bei uns gerade stößt Jan an. Vielleicht hat Jan Time Out genommen. Oder muss mal austreten, man weiß es nicht. Im anderen Viertelfinale Michael Schneider gegen Jan Wolf steht es 2-1. Ich kann jetzt nur nicht sagen, für wen. Die Gegner, die im Halbfinale warten, sind Jan van Lierup und Lars Kukerm. Jan Wolf führt 2-1. Und der Gewinner der Partie würde dann auf Lars treffen. Wohingegen der Gewinner der Partie auf dem Center Court dann auf Jan van Lierup trifft. Ja, hier nochmal so. Das war nochmal hier unser Buzzershop, die starke Vier. Selbst in der Zeitdupe kann man erahnen, wie schnell die Kugel gewesen sein muss. Ja, so wie es aussieht, haben beide Spieler gerade den Court verlassen. Ja, vielleicht irgendeine Geburtstagsaktion. Ja, wir haben gerade erfahren, dass Marco Spitzky heute Geburtstag hat. Ja, und John Blacklaw, gerade der Tipp. Da gibt es eine schöne Trainingsübung von Bert Kinister zum Replacement Shot. Eher was für lange Trainingsnächte. Ja, ja, Bert Kinister ist glaube ich viel ein Begriff, die sich so ein bisschen mit Training beschäftigt haben. Also ich weiß gar nicht, wie viele Bänder der Mann rausgebracht hat im Laufe seines Lebens. Also der, ja, wie viele Spitzenspieler der schon trainiert hat. Also wer ein bisschen was dazu lernen will, Bert Kinister, immer eine gute Adresse. Das sind Bücher in erster Linie. Äh, Videos. Oder auch Videos. Also Bert Kinister, ich glaube, ich weiß nicht, ob er auch ein paar Bücher geschrieben hat. Das kann durchaus sein, aber ich kenne ihn von vielen Videos. Und dann einfach YouTube und googeln. Ja, ich weiß nicht, ob YouTube, also das ist alles über Accustats, sagt dem einen oder anderen bestimmt auch was vertrieben worden. Und, ähm, also da kann man die Bänder auf jeden Fall kaufen. Oder auch DVDs wird es bestimmt schon geben, ne. Aber, äh, ich weiß auch, dass der Nils, äh, bis, äh, wir haben ja, das hast du vielleicht auch mitbekommen, Frank, dass wir viele, viele Videobänder, also VHS-Kassetten, also die wenigsten werden die wohl kennen, aber die Älteren unter uns erinnern sich noch an Videorekorder. Und da haben wir auf jeden Fall, äh, äh, also ich, wie viele waren es? 50, 60 Stück Videokassetten, äh, äh, organisieren können und die, die wir jetzt zum Teil digitalisiert haben. Ähm, und da sind auch ganz viele Bänder von Bert Kinnis dabei. Vielleicht finde ich das ja, John, mal gucken. Also da haben wir auf jeden Fall Zugang. Also alte Matches, ne? Auch alte Matches, ja. Hier die, die alten US Open Matches von, zum Beispiel Oliver Ortmann war ja heute hier, wie er die erste US Open, also 89 war es, glaube ich, als erster Nicht-Amerikaner, die, äh, äh, US Open im 14.1 gewonnen hat. Also die alten Klassen, äh, äh, alten VHS-Bänder oder die alten Matches aus den 90ern, aus den 80ern. Ja. Das Spiel wird halt schon sehr, sehr lange richtig gut gespielt. Also sehr, sehr lehrreich und sehr, sehr spannend. Und die, ach, was am, äh, am geilsten sind eigentlich immer die Kommentatoren. Also das, äh, äh, wer so ein bisschen Englisch versteht gerade, äh, Grady Matthews, ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist, aber wenn der kommentiert hat mit seinen Leuten, da war er immer zum Wegschmeißen. Die haben dann alte Geschichten erzählt, wie sie früher gezockt haben und wie sie durch die Lande gefahren sind und, äh, was sie so erlebt haben. Also das, äh, das Spiel wird dann oftmals, äh, ja, gerät dann so ein bisschen in den Hintergrund, wenn man den, den Altmeistern, äh, des, des, äh, des Billardsports so ein bisschen zuhört. Ja, gleich sind wir dann bei Haie, der Großstadt und Carla Aufmanni und so, ne? Ja, 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 ja. So, er geht weiter. Wir sehen, wir sind im Schatten beim Anstoß. Also, also, oder, das sieht ja aus wie eine Wiederholung fast. Ja, und die zwei, die zwei liegt fast wieder genauso. Ist die eins gefallen? Ja, die, die eins war auf jeden Fall da wieder. Und ist dann zurückgekriegt worden wahrscheinlich. Ja, ja, und ist dann, ja. Ja, ich habe jetzt eben nur auf die weiße geachtet, die jetzt wieder wirklich schön Tischmitte liegt. Ja. Aber, das ist ein bisschen komplizierter als eben. Die eins wird wahrscheinlich nur extrem dünn in die Mitte gehen und wird dann sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht, ob er sie halten kann auf die zwei. Also, wenn er die lochen will, dann, glaube ich, spielt er eher. Ja, eine Wand in der Mitte. Aber selbst dann wird die weiße noch schnell. Ja, selbst dann. Und dann irgendwie, irgendwie da durch und dann, aber, gut, mal gucken, was passiert. Oh, John macht gerade das Angebot hier. Wenn ich meine bei euch digitalisieren darf, bringe ich die mal mit. Ja, gerne, John. Grady und Bill in Cardona, Weltklasse. Ja, ja, ja. Aber auch Danny Di Liberto und, ah, wen gibt es da noch? Weenie Beenie, Bill Staten. Ich habe mir da früher auch ein paar aus den USA damals kommen lassen, als YouTube noch in den Kinderschuhen steckte. Also, ich habe da auch noch ein paar von zu Hause. Damals war das nicht so einfach hier, die krassen Matches sich irgendwie irgendwo anzugucken. Heute machst du YouTube an, schaltest du irgendwo auf den Kanal oder Facebook und dann kannst du dir sowas hier reinziehen. Das war vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren noch ein bisschen schwieriger. Ja, kann man mit arbeiten. Ja, das ist ziemlich gut gelaufen. Ja. Das hat jetzt so einige Probleme gelöst. Die vier ist jetzt noch ein bisschen weiter im Tisch drin, sodass die Position darauf deutlich leichter ist. Das Bild ist leichter, aber eben auch sehr schwierig für John jetzt überhaupt was zu treffen. Ja, also Jump geht gar nicht. Also, in der Theorie kriegst du den gejumpt. Ja. Ja, das gibt es alles. Also, da ist das Netz voll von solchen Sachen. Das ist heutzutage schon keine Besonderheit mehr. Aber das ist halt ein Unterschied, ob ich dafür zehn Versuche habe oder ob ich das im Match anwenden muss. Wo es ja auch noch darum geht, irgendwo eine Position auf die Kugel zu bekommen. Und spätestens da sehe ich da Schwierigkeiten. Ja, was gibt es noch für Optionen hier? Ja. Zwei Banden von hinten. Ja, kontrollierte Offensive sehe ich jetzt hier nicht. Und dann hoffen, dass es irgendwie nicht ganz so leicht liegen bleibt. Also, das ist eigentlich so die Variante, ne? Hauptsache, treffen und gucken, dass es irgendwie safe liegen bleibt. Hit and hope, ne? Ja. Also, irgendwie mit Plan dahin, wo er hin zeigt. Ja. Also, schön, wenn die da landet vielleicht, aber sowas zu kontrollieren, das... Ja, da musst du F-Rin heißen, ne? Dann kannst du das vielleicht hin, ne? Ich weiß nicht. Hier haben die Kollegen vom Karamboulage, die haben das ganz gut drauf. Ja. So mit dem System über Bande und so. Und da habe ich schon ganz schön blöd geguckt, was da möglich ist, wie man sowas berechnen kann. Ja, aber hier fehlt doch ein Stück. Ja. Der Weg ist halt weit. Die Eins liegt relativ weit im Tisch. Und mit Ball in Hand ist eine Position auf die Zwei immer leichter, als egal, was passiert wäre. Und, ja. Ja, offener Tisch für Marco Spitzki, der bislang eigentlich solche Chancen, also alles, was ich von ihm gesehen habe in diesem Turnier, war das alles außer. Das ist ein bisschen knapper oben. Ein bisschen kurz. Geht die noch, geht die nicht? Das ist ein Safe. Ich weiß nicht. Also, vielleicht sieht er noch ein bisschen was von der Zwei. Ja, aber ich glaube nicht genug, um die zu lochen. Also, das ist jetzt... Ja, okay. Man sieht es an seiner Reaktion, dass das richtig in die Hose ging. Ja. Und das auch ein bisschen ohne Not, ne? Weil ich hätte jetzt gedacht, dass er das Tempo so wählt, dass er die lange Bande noch mitnimmt, ne? Ja. Ja, also, das ist gründlich schiefgegangen, also hat er sich im Tempo richtig verschätzt. Weil, wenn wir uns angucken, wo die Drei liegt, ist es eigentlich fast egal, wie er auf die Zwei stellt. Hauptsache, er kann sie lochen. Ja, jumpen wir. Er bleibt zum kurzen Kühl. Ja. Und, äh... Ja, und dann... Ja, wollen wir mal gucken, wie gut Markus Spitzky mit dem Jump Kühl umgehen kann. Das ist jetzt so ein Ding, wo ich gesagt hätte, wenn Lars Kukheim den spielen würde, okay, bleib mal lieber sitzen und das Kühl stell mal beiseite. Also, das waren genau die Dinger, die er mit einer Wahnsinnssicherheit gelocht hat. Und, äh, ja, mal schauen, wie gut Markus Spitzky das kann. Aha. Gelocht hat er es auf jeden Fall auch. Aber, ne, also, weiß ich nicht, also... Aber die drei sehen können... Die Frage, das genau ist die Frage, ne? Geht's jetzt weiter? Und scheinbar ja. Ja. Scheinbar. Buzzer, ne? Super Buzzer. Ja. Ja, ganz stark, Markus Spitzky. Ja. Da hat er sich erst, ja, relativ ohne Not in die Bredouille gebracht und dann aber auch wirklich elegant befreit. Also, ein schöner Jump. Okay, man kann bei Can jetzt sehen, dass Kühl hat er erstmal wieder beiseite gestellt. Als er zum Jump angesetzt hat, so hat er es in der Hand gehalten, also kann er sich erstmal wieder zurücklehnen. Ich glaube, da kommt er in diesem Rack nicht mehr dran. Also muss man das eigentlich ja auch gut finden, wenn die Leute sich mal verstellen, weil dann haben wir Gelegenheit auch mal so ein bisschen was Spektakuläres zu sehen, ne? Auf jeden Fall. Ah, John sagt gerade, als er die Trainingsvideos gekauft hat, gab es noch kein Internet. Das gab's auch mal, ne? Solche Zeiten. Kein Internet. Ich weiß nicht. Wie haben wir da eigentlich überlebt? Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ne? Das war auch noch vor der Zeit, als es noch keine Mobiltelefone gab. Das war noch die Zeit, als ich mir die meisten Telefonnummern merken konnte. Aber die waren damals auch nur sechsstellig. Das war, weiß ich nicht, war das die Zeit, als meine Mutter zu mir gesagt hat, ich soll nach Hause kommen, wenn die Laternen angehen oder was? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ah, hier nochmal der super Jumpshot und genau, ich meine, vielleicht ein bisschen, was heißt Glück? Ja, das kann auch blöde laufen und du touchierst die vier noch leicht und dann liegt es safe, aber insofern, ja, das Glück hat der Tüchtige und das war ein super Jump. Ja, nochmal richtig elegant aus der Affäre gezogen. Ja, 3-3. Marco Spitzki, mal sehen, ob es ihm jetzt besser gelingt, das Brake zu kontrollieren. Zielt auch tief. Ja, das darf einfach nicht passieren. Ja, das... Also, das darf wirklich einfach nicht passieren. Ja, wenn es blöde läuft, steht es, wenn er das nächste Mal an den Tisch kommt, 5-3, ne? Das ist ja jetzt, was ist das Viertelfinale? Das ist Viertelfinale, ja. Und da geht es auch schon wirklich um ordentlich Kohle und bei den Spielern von dem Format, so ein offenes Eck, Ball in Hand, also, ich sag mal... Ich glaube, es wird schon, aber ich meine, gut, er hat Ball in Hand, ne? Also, interessant wird sein, ob die 2 an der 4 in irgendeiner Form vorbei passt. Zielt auch tief an, um dann beim Stoßen nach oben zu kommen, aber in dem Fall hat er den Pulk, viel zu dünn getroffen. Aha, okay, da kommt man sich eben sehen, dass noch ein bisschen Platz in der Tasche ist. Und wenn er so nah auf die Kugel einstellen kann, dann ist es natürlich, ja, deutlich leichter, an der 4 vorbeizuspielen. Ja, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel jetzt weg ist. Das wird schon das... Ja, hat eigentlich genügend Platz für alle Positionen, also 3 auf 4, die 4 liegt in der Tasche. Ähm, bei der 5... Ja. Okay, er stellt sie wieder... Also, ich hätte es wahrscheinlich andersrum gemacht, um dann die 4, äh, 2 Banden auf die 5 laufen zu lassen, aber gut, Geschmackssache. Jetzt hat er wieder das Problem, dass er über die lange Bande spielen muss und die Position so ein bisschen kreuzt. Vor die 9, hinter die 9? Ähm, er kreuzt da die Position. Ich meine, gut, bei dem, wenn er das Tempogefühl so gut drauf hat, so, dann, äh, ist das kein Problem, ne? Aber, ja. Und jetzt wieder ganz zurück? Viele Lehrvideos, die ich gesehen habe, haben gesagt, wann immer möglich, spiel in das Positionsfeld. Hier hat er es gekreuzt, aber dann kommt es halt aufs Tempogefühl an und, äh, wenn das... Ohlala. Ja, okay. Der wird dünn. Der wird dünn. Ist er eigentlich schon fast gezwungen, äh, den Fuß rechts zu spielen. Ja, ich glaube, die, die 8 passt auch in die rechte Tasche, von daher, ja, ist es nicht so schlimm. Ja, absolut mittig gelacht. Das ist nochmal gerade gut gegangen. Ja, ja, ja. Ja, auch schon gegen Ortmann hatte, hatte Can immer mal so ein paar positionelle Ungenauigkeiten, aber er konnte das meistens mit einem guten Lochspiel, äh, ausgleichen und das hat ihn auch hier wieder gerettet. Ja, jetzt hat er die Frage, oder die Frage ist jetzt, zieht er den zurück oder lässt er den über die kurze Bande laufen? Richtung Tischmitte. Tischmitte wäre ganz gut. Tischmitte ist meistens gut. Ja, da haben wir auch. Jetzt hat er fast dieselbe Überlegung nochmal, kann er wieder ein bisschen zurückziehen Richtung Tischmitte. Ja, einfach Rückläuferung. Ja, gut, das ist ja. Ja, er könnte ihn auch ein bisschen laufen lassen, wenn man jetzt Spaß am Nachläufer hat. Also ich denke mal, auch das ist dann auch der Situation geschuldet, worauf habe ich gerade Bock oder... Ja, ich meine, es ist ganz klar, er hat jetzt die Weiße über eine Strecke von 20, 30 Zentimeter laufen lassen. Wenn du ihn nachlaufen lässt, dann läuft die halt anderthalb, zwei Meter, ne? Und bei so einer Strecke kann mehr schief gehen, als wenn du sie 30 Zentimeter zurückziehst. Vielleicht das spielen, was einem als erstes einfällt, habe ich immer gehört. Ja, es ist manchmal auch Geschmackssache oder Gefühlssache, wenn man sich gerade da... Aber natürlich, wie schon eben gesagt, die Gefahr, dass was schief geht, ist bei einem Stoß, wo die Weiße 20 Zentimeter läuft, deutlich geringer als bei einem Stoß, wo sie 2 Meter läuft. Ja, also ich denke immer, wenn man so den natürlichen Lauf nehmen kann, dann ist es leichter, als wenn man so viel arbeiten muss und Sachen machen muss, so mit Gegengefäß ist eben nicht natürlich. Und dann, da besteht dann immer, da ist es immer ein bisschen schwieriger dann. Hier eben in der Wiederholung konnte man nochmal schön sehen, dass Marco den Stoß einfach verrissen hat. Also er trifft die Eins auf der rechten Seite, relativ dünn und das Ende vom Lied ist halt, dass die bei der Kraft vom Tisch springt. Ja, Jan konnte das ausnutzen, 4 zu 3 und wie eben schon befürchtet, könnte das jetzt bei einer An-Aus-Partie zum 5 zu 3 oder aus Markus' Sicht 3 zu 5 führen. Tja. Nebenbei der Spielstand auch beim anderen Viertelfinale, Jan Wolf und Michael Schneider 2 zu 3, das heißt die Führung ist da gewechselt. Ja, der Gewinner, Jan gegen Spitzki, trifft auf Jan van Lierhoek im Halbfinale, wohingegen Jan Wolf und Michael Schneider auf Lars Kucki am Treffen werden. Big Daddy, hab auch noch diverse Aufnahmen auf VHS von Django und Efren oder Engard, Suké und Schmidchen. Schmidchen aus Bremen. Michael Schmidt hat übrigens am Turnier teilgenommen, für alle, die sich fragen, ob der noch lebt oder was der so treibt. Also den gibt's noch, aber Michael hat in den letzten Jahren nicht wahnsinnig viel Billard gespielt. Jetzt in Vorbereitung auf das Turnier haben wir ihn ein paar Mal hier im Vereinsheim begrüßen dürfen, ist aber leider in der Gruppenphase schon gescheitert. Sehr überraschend, also ja, da waren Marco und Cem noch gar nicht auf der Welt, ja, 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 Jan heißt der gute Mann, aber wir wissen, wie du meinst. Das stimmt, das stimmt. Ja, war ein super Break wieder, aber die Position war nicht so, dass man vernünftig weiterspielen kann. Ja, aber man sieht ja, wenn du die Weiße auf dem Tisch hältst und eine lochst, dann hast du zumindest die Möglichkeit, den Tisch einigermaßen zu kontrollieren. Und das wird ein ziemlich gutes Resave. Ja. Ja, schön gespielt. Ja, obwohl, da kann man jetzt auch relativ leicht... Auskommen ist nicht das Problem, ne, aber den sicher liegen zu lassen, da muss schon ein bisschen, also es besteht die Möglichkeit, die 2, die 1 von hinten zu treffen und die Weiße hinter der 9 liegen zu lassen. Oder gegebenenfalls auch hinter der, ich glaube es ist die 8. Aber ob das gelingt? Oh ja, und wie das gelingt? Aber ich, da, fast. Ja, vielleicht sieht er aus, er kann die 1 auf jeden Fall sehen, aber das Problem ist, oh, ich denke mal, dass er die 2 ansagen wird, weil er trifft die 1 dünn und die Weiße wird unweigerlich in Richtung Ektasche laufen. Die 2 habe ich gar nicht gesehen, aber jetzt... Also, langsam spielen. Ne, macht er nicht. Eine Bande? Er hat die eine Bande angesagt. Oh, krass. Die Möglichkeit habe ich gar nicht so gesehen. Ja, ich habe die 2 nicht gesehen, vielleicht hat Marco die 2 auch nicht gesehen. Ich glaube, wenn man am Tisch selber steht, dann sieht man das. Habe ich schon gehabt, habe ich schon gehabt. Schön grünes Tuch, schöner altmodischer Kugelsatz, wo die 6 quasi mit dem Tuch verschmilzt, tief in der Tasche liegt, so, zack. Ja, es gab tatsächlich, es gab tatsächlich mal die Zeit, also als wir angefangen haben, da waren die Tücher alle immer grün. Ja, ja. Und zwar genau in dem Farbton der 6. Und jetzt sieht man das eigentlich nur noch beim Snooker, ne? Also, wo ich jetzt mal wieder grünes Tuch gesehen habe, ist, ich weiß nicht, die auf Facebook gucken, also, ich kann euch jetzt den Kanal nicht aus dem Kopf sagen, aber auf jeden Fall, Shane Van Boning, Russland Chinakov und jetzt auch Earl Strickland haben die sogenannte 14.1 oder 14.1 Challenge, also auf Höchstserie, und die haben auf einem grünen Tuch gespielt. Also, der letzte war gerade, habe ich es gestern gesehen oder vorgestern, Earl Strickland, ganz klassisch auf dem alten grün-gelben Tuch. Ja, und wo ist das jetzt gerade? In den USA. Nee, 14.1, wo, 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 wo? Ja, das ist halt so eine, so eine, so eine Höchstserie, High Run Challenge, ne? Wo sind die denn? 500, 600? Nee, also, ich glaube, Shane Van Boning hat seine höchste Serie, waren da irgendwie 308 oder 310, irgendwie so, um die. Bei Russland Chinakov habe ich es nicht ganz verfolgt. Earl habe ich gesehen, der war so bei 150. Ich hatte jetzt nicht geguckt, wie viele, ob das das Höchste war, was er geschossen hat. Oh, Flüchtigkeitsfehler. Und, ich glaube, das liegt offen, ne? Ich glaube, er kommt an die sechs ran, ne? Und eigentlich in der entscheidenden Phase, ne? Also, das Spiel jetzt mit so einer Situation, du bist 5-3 vorne, ne? Oder jetzt, oder jetzt 4-4. Ja, es ist halt ganz schwer. Also, Michael Schneider spielt ja oben gegen Jan Wolf. Und Michael Schneider war, glaube ich, schon 6-2 oder 6-3 gegen Dimitri Jungo hinten und hat das Spiel noch gewonnen. Ja. Also, man kann jetzt nicht sagen, das wäre irgendwie eine Vorentscheidung. Tendenziell schon. Das wird natürlich immer schwieriger, aber... Ui. Da... Ja, aber die 8 geht, glaube ich, noch. Ja, aber die ist verdammt dünn. Die weiße wird blitzschnell. Also, ich habe vorhin gesehen, dass Markus Spitzky ganz gut die Einbänder drauf hat. Und das ist ja so ein Einbänder, der... Ja, ich sage mal, der liegt relativ... Obwohl, sieht so aus, als ob er den dünn anzieht, oder? Aber die weiße wird unglaublich schnell. Ah! Ja, ja, ja. Also, man konnte sehen, dass er sie zu dünn getroffen hat. Aber er hat sie nicht extrem zu dünn getroffen. Also, ich sage mal, ich glaube, dass der Stoß... Ja, also, vom Schwierigkeitsgrad her, ich glaube, der Einbänder wäre einfacher gewesen. Ja, es hat schon Glück, dass er nach diesem verschossenen Ding da überhaupt noch mal jetzt hier rankommt. Ja, oh, Mike T., ich glaube, das ist Mike Tost. Hallo, Mike. Du warst ja auch bei uns. Der schreibt gerade, am 01.01. beim Turnier im Snooby Hannover wird auf grünem Tuch gespielt. Oh, ich war schon extrem lange nicht mehr im Snooby. Das heißt, ich weiß gar nicht, welches Tuch ihr da drauf habt. Aber Marco ist auf jeden Fall erst mal leicht angesäuert. Ich sage mal, es ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen, dass die 9 mitfällt und dass er da hängen bleibt. Aber ich sage mal, die 8 hätte er so nicht spielen müssen. Und so wie es in der Zeitlupe aussieht, er hat sie nur ein bisschen zu dünn getroffen. Und man sieht, ja, dass der Stoß eigentlich den hätte perfekt treffen müssen, sodass die 8 auch nur eine Chance gehabt hätte, in die Tasche zu kommen. Weil so weit war er nicht davon entfernt. Und schnell gespielt hat er sie schon. Also ich hätte den Einbänder bevorzugt. Tja. Aber von hier oben ist das immer leicht. Und nachher ist man immer schlauer. Ja, und auch wieder, diesmal trifft er die Weiße schön mittig, aber er trifft sie einfach nicht, er trifft sie zu tief. Das führt jedes Mal dazu, dass die Weiße die kurze Bande berührt und da oben liegen bleibt. Ich meine, er hat jetzt Glück, dass die 1 vor der Mitteltasche liegt. Also er hat Fortsetzungen. Die Partie ist, sagen wir mal, ausschießbar. Aber kontrolliertes Break ist das nicht. Das sieht bei Jan Salim ganz anders aus. Aber nichtsdestotrotz hat er jetzt die Chance, hier zu verkürzen. 2 auf 3. Ja, wie ich halten kann er so, glaube ich, nicht mehr, oder? Ich glaube, dass er dazu gezwungen ist, dass er sich jetzt auch an, dass er auf die andere Seite muss. Ja, auf die andere Seite. Und von der anderen Seite ist es dann auch leichter auf die 5 zu kommen. Ja. Ich meine, schön wäre es natürlich gewesen, wenn der Winkel kleiner wäre, sodass er den nur einfach stoppen muss. In diesem Fall, oh, der Winkel sieht gut aus. Der Winkel passt. Und jetzt einfach laufen lassen, das Ding. Ja, 5 auf 6 ist so die kritische Position in dieser Partie. Ja, läuft der zu weit? Nö, ich glaube, der sieht gut aus. Der ist gut. Ja, ja. Drei Banden. Und das sieht gut aus. Schön kontrolliert. Wie gesagt, bei diesen Positionen ist das Schöne an den schnellen Banden, dass du die nicht festspielen musst. Du kannst die schön laufen lassen, kontrolliert. Den kann er jetzt auch einfach eine Bande schön rauslaufen lassen, muss er mit der Weißen eigentlich gar nichts machen. Nur das Tempo einigermaßen. Der läuft automatisch auf die Position 9. Der läuft automatisch Richtung Tischmitte. Vielleicht ein Hauch rechts Effet. Wenn überhaupt. Ja, also hätte man die Technologie da einzuzeichnen, wo der Ball liegen soll, dann hätten wir da einen Kringel gemacht. Sollen wir aber auch noch zukommen, hat Nils gesagt. Wenn man hier einen Blick reinwerfen würde, wo wir hier drinnen sehen, wie viele Bildschirme hier funkeln und das alles hier im Vereinsheim, ist das Ganze nicht utopisch, dass das in naher Zukunft immer passieren wird. Also wir sind hier schon ganz gut ausgestattet. Es ist zwar alles noch so ein bisschen, was heißt chaotisch, noch so ein bisschen improvisiert, aber wir lernen stetig dazu. Und es wird besser, von Turnier zu Turnier oder von Veranstaltung zu Veranstaltung geht das besser. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass wir da vor so einem Touchscreen sitzen und dann da irgendwie darauf rumtatschen und sagen, guck mal, ich werde den jetzt so und so spielen und mal eben anzeichnen. Ist bestimmt witzig. Und dann passiert doch wieder was ganz anderes. 5-4 Mal sehen. Jans Anstöße waren eigentlich bis auf einer jetzt bislang super kontrolliert. Der ist auch eigentlich wieder sehr gut kontrolliert. Die Weiße ist ein bisschen in die obere Tischhälfte reingekickt worden. Aber die 1 ist diesmal nicht vor der Ecktasche gelandet, sondern mittig im Tisch und unglücklicherweise versperrt ihm die schwarze 8 den Weg oder den Zugang zur 1, sodass eigentlich nicht viel übrig bleibt. Ja, Push. Oder würdest du den Vorbänder angehen? Weil die Sicherheit ist ein bisschen ungewiss. Ich glaube, er guckt sich das Push an, ne? Ich meine, beim Push ist immer halt die Gefahr, wenn es jetzt zu schwierig liegt, dass man das Ding selber spielen muss. Ja. Aber in dem Fall, weiß ich nicht, Push und gut, ja. Ich meine, gut, hier hat er Strecke zwischen Weiße und Eins gebracht. Allerdings hat er ihm, ja, also Marco kann die Eins eigentlich überall anspielen. Wo ich jetzt persönlich sagen würde, das kann kein gutes Push sein, ne? Weil es ist ziemlich einfach, eine Sicherheit zu spielen, ne? Also er hat ja alle Möglichkeiten. Er kann sie links anspielen, er kann sie rechts anspielen. Ich weiß nicht, ob er den Winkel hat, um hinter der 7 liegen zu bleiben. Ja, angesagt hat er auf jeden Fall eine Bande. Da dürfte die 8 im Weg liegen. Ne, andere Seite. Also da, wo die jetzt auch hinläuft, aber natürlich nicht. Die Gefahr ist natürlich, dass er die vor die Tasche legt und, äh... Ja, aber da müsste man jetzt zwischen 9 und 3 durchspielen können. Aber das ist, glaube ich, zu eng. Oder? Oder? Ich glaube, er hat genau getroffen. Ja, der Klassiker, ne? Der Klassiker. Das kannst du 20 Mal probieren, ne? Und das wird nicht einmal hinhauen. Aber wenn es blöde läuft... Aber so ganz sicher ist es sich dann auch nicht. Mal gucken. Ja, vielen Dank für das Kompliment, Big Daddy. Macht Laune, sich die Nacht um die Ohren zu hauen. Schon mal vorglühen für heute Abend. Ja, ja, da hast du ja noch ein bisschen... Oha. Klappert. Klappert. Bleibt safe liegen, aber... Ja, Marco kommt gut ran, ne? Kann seinerseits eine Sicherheit spielen. Offensiv geht da, glaube ich, nicht viel. Ich weiß nicht. Eins dünn auf der rechten Seite. Richtung mittleren Diamanten spielen und die weiße hochlaufen lassen. Wäre jetzt so eine spontane Idee von mir. Muss natürlich in der Lage sein, eine Kugel auch so dünn spielen zu können. Sonst ist die Gefahr, dass du... Ich sag mal, selbst wenn er sie zu dick trifft, da liegen die 4, die 10 und die 3 im Weg. Also... Das wäre vielleicht... Ja, aber das ist doch jetzt so eine Situation... Er spielt sich auf jeden Fall auf der rechten Seite an. Also von sich aus gesehen rechts. Von uns aus gesehen links. Ja, man ist jetzt nicht gezwungen, irgendwie versuchen, das Ding irgendwie zu treffen, sondern kann tatsächlich noch irgendwo agieren. Weiß aber auch auf der anderen Seite auch, es steht jetzt 5 zu 4. Es ist total wichtig jetzt, wenn ich das Spiel verliere, dann bin ich 6 zu 4 hinten. Was mache ich? Das ist ja Druck, der da ist. Und ich glaube, das ist denen auch bewusst. Oder blende ich das aus? Ich glaube... Ich sag mal, die sind ja technisch so grundsolide, dass selbst wenn sie anfangen zu zittern, dass dann noch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Sachen klappen oder Sachen abrufbar sind, wo unser 1 vielleicht keinen Bus mehr trifft. Aber ich sag mal, bei Marco ist natürlich auch... Er wird jetzt sicherlich schon gemerkt haben, dass er nicht so wahnsinnig gut anstößt und Can's Breaks eigentlich immer sehr, sehr kontrolliert kommen. Das heißt, wenn Can jetzt on the Hill wäre, dann muss Marco schon darauf hoffen, dass Can Fehler macht. Und er hat jetzt ein paar gemacht, aber das sind immer noch sehr wenige für den Satz. Can hat auch ein paar Flüchtigkeitsfehler drin gehabt, aber kann sich halt auch immer darauf verlassen, dass sein Break gut kommt. Ich sag mal, selbst wenn es nicht so lief, wie er hofft, hat er immer Kugeln gelocht und hatte immer Möglichkeiten, safe zu spielen oder auf jeden Fall Möglichkeiten, um den Tisch zu kontrollieren. Aber jetzt ist es also doch eher so wieder ein bisschen umkämpfte Spiele. Nicht an, aus, sondern viel hin und her, viel Sicherheit. Das ist ja auch gerade interessant, finde ich. Ich glaube, den geht er über Vorbande an, weil da die ganz unwahrscheinlich die Sicherheitsoption, die Weiße wird sich Richtung unterer kurzer Bande bewegen. Da ist es. Und ich glaube, die hat er angesagt. Die hat er auch angesagt, ja. Man konnte auch sehen, dass die Option noch eine Sicherheit durchaus da war. Aber jetzt hat er das Problem mit der 2. Das ist die 2, oder? Nein, ich glaube, er muss auf die 3 spielen. Ich glaube, ich sehe jetzt die... Ist das die 6 vor der Mitteltasche, oder? Ich sehe die 8 da oben rechts und die 6 vor der Mitteltasche. Und die 2 ist schon verschwunden. Okay. Also auf die 3. Ja. Der Einbänder wäre möglich. Ja, oder Sicherheit. Ich meine, er könnte auch eine Sicherheit spielen. Einfach an die Bande legen und die Weiße dann da zwischen 5 und 6 durchrollen. Aber ich weiß nicht, wenn er die 3 dünn an die Bande liegt, ob er dann nicht auf die 6 läuft. Wenn dann dünn die 3 und hinter der 6 durch. Also zwischen 6 und Mitteltasche. Ja. Aber so wahnsinnig viel Platz ist da nicht, ne? Also wenn man sich jetzt überlegt, er versucht, zwischen 6 und Mitteltasche durchzukommen. Also die Mittellochkante ist erstmal riesengroß. Wenn er die 6 touchiert, ist das auch schlecht. Und dann ist die Gasse, durch die er da muss, doch schon recht schmal, ne? Ja, wenn es ganz einfach wäre, dann würde er ja nicht so lange überlegen. Ja. Eine Bande. Vielleicht auch eine Bande. Langschnacken. Zack. Eine Bande. Damit. Rums. Ja, er hat ihn auch kompromisslos gespielt, ne? Also ich hatte jetzt im ersten Moment die Vermutung, dass er den zurückzieht. Mit einer gewissen Portion Sicherheit im Hinterkopf. Aber denen ist er ja total offensiv angegangen. Ja, wenn die nicht fällt, dann... Ja, dann liegt die weiße Tischmitte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er zumindest irgendeine Option auf die 3 hat, ist auch schon recht groß, ne? Ja. Okay, aber die 4 ist relativ dünn und das Positionsfeld auf die 5 ist relativ klein. Ja, hinter die 9 und dann irgendwo... Nee, vor der 9 noch und dann nicht ins Mittelloch. Wow. Wow. Also... Ja, das... Wahnsinn, ne? Also da muss man angstfrei sein, oder? Ja, also das Mittelloch war an der Stelle sogar riesengroß, weil die 6 da noch so ein bisschen als Trichter fungiert. Ja. Also das hätte ich erwartet, dass er hinter die 9 versucht. Ja, das war auf jeden Fall... Also ich will nicht sagen, dass ihn das Match gewinnt, aber es hat ihn auf jeden Fall dem Sieg ein Riesenstück näher gebracht, ne? Ja. Also jetzt ist das Bild wirklich sehr aussichtsreich. Also schön auch nochmal zu sehen, wie er sozusagen diesen Entscheidungsprozess, ne? Dass er sich angeguckt hat, okay, die Sicherheit auf die 3 ist schwer. Ja, ich gehe die offensive Aktion richtig konsequent an, ne? Und das ist jetzt die Belohnung dafür, ne? Ja, gut, aber er ist auch 5,4 vorne und könnte sich das auch eher leisten, ne, nochmal so ein... Sich da einmal zu verschätzen, ne? Ja. Dann ist es 5,5... Ja, wobei beide sind relativ so nah am... Ja. Ja, klar, solange der andere noch bei 4 ist, kannst du dir eher noch einen leisten, als wenn er bei 6 ist, ne? Oder bei 5, wenn er noch die Option hat, nochmal anzustoßen. Ja, manchmal ist es ja auch so, wenn ich jetzt ganz aussichtslos hinten bin, dass ich mir dann auch sage, jetzt ist es mir alles scheißegal. Ja. Und dann spielt man einfach drauf los und auf einmal läuft es dann, wie verrückt. Ja, Anmerkung noch aus dem Chat, wenn alle Tische Tone haben, dann wird es perfekt. Ja, wie gesagt, wir sind hier noch in der Entwicklung und das wird auch sicherlich irgendwann kommen, ne? Also, wir haben jetzt erstmal die Arena sozusagen voll ausgestattet und, ja, also wir haben ja jetzt 8 Pooltische hier im Vereinsheim und es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, alle 8 Tische mit exzellentem Ton auszustatten, aber auf jeden Fall mit Ton, das ist, denke ich, auf jeden Fall umsetzbar. On the Hill, Mr. Jansalim Diyazah. Werbung während den Spielen, kommt gerade der Kommentar auf YouTube. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob wir da einen Schuss drauf haben, ne? Ja, das macht, glaube ich, YouTube automatisch. Also, wir haben hier gerade keine Werbung. Aber das ist dann immer nur 5 Sekunden und dann kannst du auf dieses Werbung überspringen. Ja, guck mal, auf YouTube gibt es auch echt lange Clips, also ich kann dir nicht sagen, also wenn du die gar nicht sehen willst, dann musst du bei YouTube, glaube ich, Abonnent werden oder beziehungsweise auf jeden Fall was zahlen, wenn das werbefrei sein soll. Also, nachdem ich heute erstmal ausgeschlafen habe, habe ich dann tatsächlich so gegen Mittag mal die Kiste angemacht und habe dann eben auch auf YouTube geguckt. Und da, ja, gut. Aber das war okay. Also, wenn du denn mal den Tisch gewechselt hast, dann kam mal 5 Sekunden Werbung und dann hast du auf Werbung überspringen oder so geklickt und dann ging es weiter. Ich denke, damit kann man leben. Ja. Ups. Also, bei SR läuft die Werbung nur am Anfang, beim Start ist bei mir auch so. Also, wenn das mitten drin sein sollte mit Mount Zero, dann ist bei dir irgendwas anders als bei uns. Ist Ton denn erlaubt mit Musik im Hintergrund? Grundsätzlich ja, aber wenn die Musik GEMA behaftet ist, dann wird das Ganze gesperrt. Und deswegen hören wir hier keine Musik, ne? Und wenn, dann GEMA-Freie. Das ist halt der Kompromiss, den man machen muss. Entweder Musik aus den Charts, aber dafür dann, ja, ich weiß gar nicht, ob wir das bezahlen könnten oder wollten. Ich glaube nicht. Wir sind ja keine Tanzveranstaltung, sondern wir wollen hier Billard-Content liefern. Genau. Und wenn jetzt da im Hintergrund das Radio läuft, dann sind wir keine Musikveranstaltung. Ja. Also, doch? Ja. Na ja. Ja, ja, okay. Ja, man muss da ganz früh behaupten. Also, sollen jetzt tatsächlich Leute von der GEMA hier zuhören? Sollen die sich bitte jetzt mal irgendwie... Ja, wollen wir wieder zum Spiel kommen. Marco Spitzki ist aus seinem eigenen Safe rausgekommen, glaube ich, oder? Und Jan hat jetzt die... Jui, 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 spielt auf die vier, ne? Der Rest ist die sechs und die acht. Also, Jan Salim mit dem Matchball hier. Ist auf jeden Fall ein Trickshot, um auf die... Ja, okay. Man hat gesehen, mit viel Linkseffé. Aber... Ja, okay. Er kann den spielen, aber muss über die sechs greifen und gleichzeitig auch auf die sechs stellen. Ja, wobei, das wahrscheinlich noch... Also, wenn ein reinschießt und das Tempo einigermaßen wählt, sollte das machbar sein. Der Winkel passt, glaube ich, um den natürlich laufen zu lassen. Unangenehm trotzdem. Ja, ja, ich muss über die Kugel greifen, ne? Wenn man das schon sieht, dann... Ja, und die Weiße wird auch recht schnell werden, da. Da, und du siehst das auch. Also, wie weit das Ding vorbeiging. Ja, ja, ja. Das ist dann... Ja, und er hat auch ziemlich schnell gespielt. Vielleicht ist da auch schon ein bisschen Frust. Ja, ja, ja. Ich meine, er hat eine super gute... Also, der Anstoß hat gut geklappt diesmal. Er hatte eine offene Partie und hat sich dann selbst ein Bein gestellt, ne? Ja. Also, es ist ja immer eine Sache, wenn es irgendwie blöde läuft oder schräg läuft. Aber wenn du selber die Fehler einstreust, dann ist das immer doppelt bitter, ne? Ja, Can mit einem offenen Tisch. Ich sag mal, die sechs ist jetzt wahrscheinlich der letzte schwere Ball. Der fällt rein. Die sieben liegt vor der Tasche. Die acht liegt vor der Tasche. Und ich sag mal, acht auf neun wird noch das größte Problem hier werden. Und bislang war Can eigentlich doch relativ solide beim Abräumen des Tisches. Und ja, also ich glaube, dass Marco nicht nochmal an den Tisch kommen wird. Ja, aber das haben wir tatsächlich hier auch schon in den verschiedensten Konstellationen ab und zu mal behauptet. Ja. Und dann ist es doch anders gekommen. Ja, 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 ich sag mal, er hat sich jetzt... Auch jetzt wieder extrem gerade. Er hat jetzt den Winkel, dass er in die untere Tischhälfte zeigt. Aber gut, das Mittelloch ist so groß aus dem Winkel, dass er den locker mit Nachlauf, links effe in dem Fall, ja, in die obere Tischhälfte bringen kann. Oder doch lieber Rückläufer und irgendwie... Nee, Nachlauf, rechts effe, äh, links effe. Schauen wir mal. Ja, du hast recht. Ja, aber, aber, aber auch nicht so ganz toll. Ja, ja, ich meine, gut, er muss nicht viel machen mit der Weißen, ne? Also, muss sich eigentlich nur halten. Ja. Gut, das war die letzte Hürde. Das Ding ist durch. Ich lege mich jetzt auch fest. Ja. Ich hilf nur an Erdbeben, um das zu verhindern. Ja, trotzdem herzlichen Glückwunsch, Marco Spitzki. Super Turnier gespielt. Also, das war jetzt, was ich von ihm gesehen habe, eigentlich sein schlechtester Satz. Schade für ihn, dass das jetzt im Viertelfinale passiert. Also, Can hat sehr solide gespielt, aber jetzt auch nicht überragend, dass man jetzt sagen muss, das musste unbedingt 7-4 ausgehen. Also, das letzte Spiel hat eigentlich Bände gesprochen, dass Marco sich da selbst ein Bein gestellt hat, obwohl er eigentlich ein gutes Bild nach dem Anschluss hatte. Man sieht hier nochmal das Break. Die Weiße, jetzt nicht super kontrolliert, aber manchmal läuft es auch einfach gut. 1. Ja, er musste von der 1 auf die 4 und ist dann hinter der 10 liegen geblieben. Äh, ja. Das hier hätte schon, aber der ist noch daneben gegangen. Sogar relativ weit daneben. Ja, aber dann eben, eben dieser fiese Überpacker. Ja, das ist auch... Und dann so dünn treffen und also, nee, das macht auch keinen Spaß, muss ich echt sagen. Also, das... So ein Ding dann irgendwie da noch die... Ja... Gut, also ich sag mal, das war jetzt nicht satzentscheidend. Das hat letzten Endes sozusagen den... Das Ende, äh, ausgemacht zwar, aber er hat vorher auch schon, äh, Anstoßfouls, äh, leichte Fehler, ähm, musste... Ich war ein, ein Spiel erinnere ich mich noch, wo er sich mit einem richtig geilen Jump aus der Affäre gezogen hat. Äh, das klappt auch nicht immer, also, äh, da waren doch viele Ungenauigkeiten im Spiel von, von Markus Spitzky leider in diesem Satz. Ja, aber wie du sagst, er hat ein tolles Turnier gespielt und jetzt gerade zu seinem Geburtstag natürlich. Ja, bis dahin Lupen rein, ne, also, das, was ich bislang von Markus Spitzky gesehen habe, war richtig gut, richtig gutes Billard. Und, äh, jetzt ist ihm leider so ein bisschen die Luft ausgegangen. So, ich mache auch mal ein kurzes Break wieder, aber wir machen gleich wahrscheinlich bei den Halbfinals weiter. Danke, bis gleich. Jo. 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 Bio. Jo. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ...... ...... ... ...... ... ... ...... 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 ... ...... ...... ...... ... ...